Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum lange angekündigten 2-Stunden-Podcast. Ja, ich dachte mir, ich hacke das jetzt einfach ab und versuche irgendwie 2 Stunden mit sinnlosem Gelaber zu füllen. Das wird eine Mammutaufgabe, das Ganze haben wir noch aus dem Geburtstagsevent sozusagen übrig, als eine der Sachen, die ich abarbeiten muss. Und ja, im Nachhinein habe ich mich ein bisschen schwer damit getan, weil 2 Stunden ist schon selbst für meine Verhältnisse viel. Und da muss ich schon extrem viel ansammeln und reinpacken. Also ich kann natürlich einige Themen totreden, das ist ganz hilfreich. Aber wie ihr auch wisst, wenn ich Videos und Co. mache, ich bin nicht so der vorbereitende Mensch, das jetzt irgendwie durchzuplanen oder zu schneiden und einzelne Etappen zu machen, das ist nicht mein Ding. Und 2 Stunden am Stück zu reden ist relativ anstrengend, ob ihr es glaubt oder nicht. Wahrscheinlich haben die meisten von euch das noch nie gemacht. Und das tust du ja auch auf dem Stream nicht wirklich. Also 2 Stunden am Stück zu reden, wenn du es nicht schneidest und Co. ist gar nicht so einfach. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, mehr oder weniger. Aber es ist relativ anstrengend und ich hoffe, dass wir die nächsten 2 Stunden ansatzweise gut durchbekommen. Ich habe mir ein paar Themen zurechtgelegt immerhin. Und hoffe, dass ich damit 2 Stunden füllen kann. Sollten am Ende 20 Minuten fehlen oder so, dann werde ich noch mehr improvisieren, als ich es ohnehin schon tue. Wir machen das Ganze Freestyle, wie immer. Das bedeutet, ich habe ein paar Themen. Ich habe einfach nur so eine kleine Editor-Liste, wo ich ein paar Themen eingedingert habe und versuche darum, irgendwie zu reden. Und ja, hoffe, dass das ansatzweise funktioniert. Seht ihr, über eine Minute habe ich schon rum hervorragend gespielt. Ja, fangen wir an. Gehen wir zum aktuellsten Thema zu Beginn und gehen zu den League of Legends Worlds. Wie ihr wisst, bin ich E-Sport-Fan und vor allen Dingen League-E-Sport-Fan seit der ersten Season. Also ich war wirklich jemand, der die erste Season League of Legends angeschaut hat, als es auf der Tremac war und alle saßen auf so komischen Stühlen und das war alles so unprofessionell und tragisch eigentlich. Aber für damalige Verhältnisse, muss man sagen, war es ziemlich big. Auch damals schon, weil ich habe damals für Online-Welten ein bisschen geschrieben nebenbei und habe da Artikel zur Worlds gemacht, wo die meisten deutschen, sage ich mal, Webseiten das noch gar nicht gecovered haben. Ich meine, heutzutage hast du Millionen Verträge von den Top-Spielern, ESPN covered, du hast mehrere Reporter und Co. aus allen möglichen Gebieten. Selbst die großen Nachrichten berichten teilweise drüber. Aber damals kann man sich das so vorstellen, das war eigentlich gar nichts. Ich meine, ich frage mich gerade, wo ich das überhaupt geguckt habe damals. Wo liefen die ersten Worlds? Ich meine, das ist fucking ewig her, 2010 war bestimmt nicht auf Twitch, da konnte ich Twitch noch nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine fucking Ahnung, wo ich es geschaut habe. Aber ich weiß, dass ich es geschaut habe. Vielleicht war es on 3D, wa? Wahrscheinlich war es on 3D. Und ja, jetzt, neun Jahre später, ist es eines der größten Sportereignisse der Welt geworden. Und ja, es waren wieder tolle Worlds. Ich weiß nicht, Rai macht da immer wirklich einen tollen Job. Auch in Sachen Production Value, wenn man die Opening Ceremony angeguckt hat mit ihren Hologrammen. Ich meine, ich weiß noch vor 2, 3 Jahren, als sie diesen Drache in den Stadion haben einfliegen lassen mit AR, was mega cool aussah, fand ich. Ja, man hat gesehen, dass es kein echter Drache ist, ist schon klar. Aber das ist ja auch nicht der Anspruch, wenn man so neue Wege geht. Und die Opening Ceremony dieses Jahr mit dieser Hologramm-Technik, das sah schon ziemlich nice aus. Und ja, es ist immer schön, was sie da machen. Aber natürlich, hauptsächlich geht es natürlich um die Spiele. Und ja, ich glaube, wir alle, also zumindest alle League-Fans, haben nach dem letzten Jahr, wo wir dachten, Fnatic kann es eventuell schaffen, als sie dann 0-3 weggestompt wurden im Finale, haben wir gedacht, dieses Jahr kann es G2 aber definitiv schaffen, weil wir schon vorher dachten, bevor die Worlds starteten, dass G2 definitiv ein Mitfavorit ist und halt einfach ein tolles Team ist. Und ja, das Finale wurde leider wieder 0-3. Das ist natürlich unglücklich. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht am Sonntag. Aber irgendwie nimmt man es diesem G2-Team auch nicht übel, nicht wahr? Also es ist so ein sympathisches Team, so eine sehr seltsame Kombination von Personen, die alle irgendwie in sich was ganz Besonderes sind, aber so kreativ, Mimik, whatever, wie man es nennen möchte, zusammenarbeiten und einfach eine tolle Experience bieten. Und auch wenn man die Reaktion sofort nach dem Finale sieht, das kann man nicht vergleichen, nicht wahr? Zum letzten Jahr mit Fanatic. Letztes Jahr waren eigentlich alle relativ enttäuscht und waren ein bisschen enttäuscht von Fanatic und haben da auch ein bisschen durchaus reingepiekst. Dieses Jahr hat man das Gefühl, so wie G2, die ihn loose verarbeitet hat und ihn, sag ich mal, öffentlich zur Schau gestellt hat danach, mit verschiedenen Memes und Otzolot hat sein Clown-Video gemacht und so weiter. Man nimmt sie ihn einfach nicht übel, wie auch. Ich meine, sie sind Zweiter geworden, sie haben ihr Bestes gegeben und der Gegner war einfach besser. Und ich glaube, das muss man ab und an halt auch einfach anerkennen. Ich bin generell jemand, ich meine, war mein ganzes Leben Eintracht Frankfurt-Fan, bin wirklich Niederlagen gewohnt und bin definitiv kein Erfolgs-Fan. Und ich habe es, glaube ich, einfach so verinnerlicht, dass ich mit Niederlagen auch von meinen Teams ganz gut umgehen kann. Ich mag es nicht, wenn dann immer so rumgehatet wird. Man feiert und zelebriert und ist happy, wenn alles super läuft. Und dann wird drauf rumgehackt, wie nichts, wenn es mal nicht läuft. Ich mag diese Attitüde einfach nicht, sondern ich meine, dieses Durchdick und Dünn ist dann halt einfach gerade beim Sport und bei Fanship sozusagen irgendwie wichtig für mich. Und ein gutes Beispiel dazu kann ich zum Beispiel auch nennen mit der letzten Weltmeisterschaft 2018, wo auf der deutschen Mannschaft dann absurd viel rumgehackt wurde wegen dem Aus. Und natürlich war das keine tolle spielerische Leistung dieses Turniers, war alles eher unschön. Aber ich bin da halt niemand, der da drauf rumhackt, wenn ich ehrlich bin. Sondern ich denke, keine Ahnung, haben 2014 die Weltmeisterschaft geholt unter Yogi und die ganze Kritik an Yogi kann ich dann einfach nicht verstehen. Weil ich meine, wie oft wollen wir Weltmeister werden? Jedes Jahr? Also alle vier Jahre? Und wenn das nicht klappt, dann ist alles vorbei oder wie? Kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, es ist einer der schönsten Momente meines Lebens gewesen, als Götze das 1-0 da reinböllert und wir danach Weltmeister sind. Und naja, wenn es 2018 dann halt nicht so klappt, dann muss man damit halt auch leben. Natürlich kann man spielerische Leistungen kritisieren oder Trainerleistungen kritisieren, aber dieses Yogi muss weg, das ist alles vorbei, der kann das überhaupt nicht und Co. Das werde ich nie nachvollziehen können, weil wenn man schöne Momente mit einem Team erlebt, egal in welcher Sportart, egal in welchem Bereich, dann muss man halt auch die Eier haben zu sagen, jo, wir haben auch zusammen verloren. Wenn ich mich zelebriere und sage, oh, wir sind Weltmeister, dann muss ich halt auch sagen, oh fuck, wir sind ausgeschieden in der Vorrunde, schade, in der Gruppenphase sind wir raus. Damit muss man eben leben. Und bei League ist das, also finde ich, und dieses ständige Rumgemoser und Gemecker und hast du nicht gesehen, kann ich da einfach nicht nachvollziehen. So bin ich nicht. Naja, und jetzt bei den Worlds ist es halt genau das Gleiche, nicht wahr? Ich meine, natürlich bin ich enttäuscht, ich habe mich gefreut seit Season 1 das erste Mal und die Season 1 kann man eigentlich nicht zählen, das war gar keine richtige Worlds. Das war eher so eine Cloud-Fiesta. Das erste Mal ein europäischer World Champion wäre halt super gewesen, aber machen wir es halt nächstes Jahr, whatever. Ich glaube nicht, dass G2 es nicht gewollt hat. Ich glaube einfach, dass sie schlechter waren an diesem Tag und das passiert halt, nicht wahr? Manchmal bist du halt nicht so gut wie der Gegner und egal wie sehr du dich bemühst, klappt das dann halt nicht und alles geht schief. Das war so ein gebrauchter Tag und da muss man jetzt nicht drauf rumhacken, sondern wir hatten sehr schöne Worlds dank G2, wir hatten ein sehr schönes League of Legends, ja dank G2, wenn wir auch an MSI denken. Und ja, in diesem Sinne, keine Ahnung, bin ich ein riesiger G2-Fan geworden, einfach weil dieses Team in sich so, ah, es ist einfach eine tolle Chemie irgendwie und sie bieten absolut gutes Entertainment, auch wenn man die ganzen Videos guckt, mit den Voice-Comps, wie gut sie immer drauf sind und was sie nebenbei so machen auf ihren Twitter-Accounts und was G2 und Ocelot da generell aufgebaut haben, ist einfach ganz, ganz groß. Und ja, am Ende des Tages aber natürlich trotzdem ein enttäuschender Sonntag, wir sind wieder nicht World Champion, die Chinesen haben es geschafft, schade. Und ja, nächstes Jahr dann halt wieder, wie jedes Jahr, so ein bisschen Pinky und Brain-Style, was machen wir morgen? Oder was machen wir heute eher? Ja, und nächstes Jahr versuchen wir es halt wieder und haben wieder große Hoffnungen, da bin ich sicher, denn ich denke nicht, dass G2 auseinander gehen wird, ich denke, die haben genug erreicht und werden es nächstes Jahr einfach nochmal machen und dann werden sie es noch besser machen. Und dann schaffen wir es vielleicht nächstes Jahr. Zumindest ein Spiel im Final zu holen, das wäre doch schon mal was. Gut, auch am Sonntag war das Finale von Voice of Germany. Ich meine, wie die meisten von euch auch, gucke ich natürlich nicht mehr viel Fernsehen, ich habe gar kein richtiges Fernsehen mehr. Irgendwann ist dieses komische Gerät, diese Box von Unity kaputt gegangen oder ich glaube, das Kabel ist kaputt gegangen. Dann hatte ich gar keinen Fernseher mehr, das ist schon vor vier Jahren passiert oder so. Aber ist ja nicht so schlimm heutzutage, nicht wahr? Ich habe meinen Fire TV Plus-Stick und kann alles Fernsehen gucken. Aber natürlich gucke ich trotzdem nicht mehr so viel Fernsehen wie die meisten von euch. Ich meine, mit YouTube, Twitch und den ganzen Streaming-Portalen ist Fernsehen irgendwie ein bisschen outdated. Aber ich gucke immer noch ein paar Sachen im deutschen Fernsehen. Das ist ab und an die Heute-Show. Nicht mehr so regelmäßig wie früher, aber ab und an. Es ist so, wenn ich Samstagabend oder Freitagnachts irgendwie so nichts zu tun habe, dann denke ich mir, Ach, Heute-Show kam noch, kann man gucken. Gucke ich nicht jede Woche, aber wenn ich sozusagen Zeit habe und mir langweilig ist irgendwie, passt das immer sehr gut. Ansonsten gucke ich gerne Joko und Klaas Sachen. Vor allem natürlich Duell um die Welt, weil ich einfach denke, es ist ein tolles Format, auch wenn da mittlerweile viel gescriptet ist, kommt einem zumindest so vor. Aber naja, es ist halt was dem Beste, was wir haben. Und Joko und Klaas sind irgendwie schon ganz gut anschaubar. Und ich bin da immer relativ gut unterhalten. Und naja, ansonsten gucke ich noch Höhle der Löwen und Voice of Germany. Nee, das ist es dann eigentlich auch. Das fasst das zusammen. Ab und an bin ich mal in der ZDF-Mediathek und schaue mir irgendwie ein paar Dokus an. Aber ja, that's it pretty much. Also es ist wirklich Voice of Germany, Höhle der Löwen, Joko und Klaas und Heute-Show. Und mehr gucke ich eigentlich nicht. Aber ja, Voice of Germany ging am Sonntag zu Ende mit dem Finale. Und das erste Mal, seit ich Voice of Germany gucke, ich hatte einige Staffeln in der 4., 5., 6., 7. glaube ich nicht geguckt oder so. Aber das erste Mal habe ich den Sieger nicht getippt. Das hat mich extrem unglücklich gemacht. Claudia hat gewonnen, die wahrscheinlich rein sängerisch auch die Beste war. Aber ich war ein riesengroßer Fan von Fidi seit den Battles. Da hat sie, glaube ich, Krönemeyer gesungen. Flugzeuge im Bauch war es, glaube ich. Zusammen mit dem anderen Typen da. Und Fidi ist toll. Also ich habe wirklich gedacht, dass Fidi gewinnt. Letztes Jahr war ich sehr sicher, dass Samuel gewinnt. Und Samuel hat auch gewonnen und hat auch absolut verdient. Dieses Jahr war die Konkurrenz ein bisschen stärker im Finale, fand ich. Aber ich dachte trotzdem, dass Fidi sich durchsetzen kann, weil sie sowas Besonderes ist. Und Fidi Steinbeck heißt die Gute, war ein Team Mark, was natürlich ganz gut passt, weil ich ja seit kurzem noch großer Mark Forster-Fan bin. Und ja, hat aber irgendwie nicht so richtig gereicht. Und bin ein bisschen enttäuscht. Also der Sonntag war wirklich nicht so gut. Fidi wurde nicht Voice-Siegerin. Und G2 hat verkackt im Finale. Irgendwie nicht der geilste Sonntag, so wie ich ihn mir vorgestellt habe. Aber nichtsdestotrotz, immerhin hatte jeder Finalist einen Song mit seinem Coach. Das heißt, ich habe einen Song von Fidi und Mark Forster zusammen. Das gute Stück heißt Warte mal. Und ja, ich hoffe, dass von Fidi mehr kommt. Fidi hat einen eigenen YouTube-Kanal. Das ist ganz, ganz klein. Den habe ich gestalkt nach den Battles schon, weil ich die Stimme so cool fand. Und da hat sie auch einige ganz gute Songs. Einige auch leider ein bisschen trashig. Das liegt nicht an ihr, sondern dass die Songs nicht so gut sind, glaube ich. Wäre cool, wenn sie einen guten Singer-Songwriter dazu bekommt, der ihr die Texte bringt. Weil das ist wirklich eine beeindruckende Stimme. Und ich würde da gerne mehr von hören. Und mit Warte mal werde ich euch die nächsten Tage auf jeden Fall im Stream quälen. Das ist ja schon immer ein Etwas. Weil der Song ist natürlich. Ich meine, wenn Mark Forster und Fidi einen Song haben, nicht wahr? Ist auch echt ein okay Song. Nichts absolut überragendes. Nicht auf Chöre-Level, aber naja. Ist okay. Ja, damit ist Voice of Germany vorbei. Ist immer ganz unterhaltsam. Ich weiß nicht, ich gucke das nicht live logischerweise, weil ich da meistens streame. Aber gerade über die neue Join-App, falls ihr die kennt, relativ empfehlenswert. Join ist sozusagen so irgendwie eine Mischung aus Live-Fernsehen. Also du kannst da Live-Fernsehen gucken. Ist halt eine App für Fire und Co. Und ich glaube, es ist von ProSieben. Ich bin aber nicht ganz sicher, wer genau das kreiert hat. Ich glaube, es ist von ProSieben und Co. Und die haben ein paar Eigenproduktionen. Unter anderem auch so eine Serie mit Klaas. Und eine Serie vom Schreiber von Stromberg und Co. Die haben so ein paar Eigenproduktionen. Aber die sind eher so, meh, weil es halt deutsche Produktionen sind. Sind wir ehrlich, die sind nicht so geil. Aber was sie halt vor allen Dingen haben, sind die ganzen Mediatheken von verschiedenen Sendern. In einem. Das Ganze in einer besseren App. Also es ist deutlich besser als die ProSieben-App, die immer so komisch rumleckt und viel mehr Werbung hat und alles. Und gleichzeitig hat Join auch noch Live-TV. Also hat auch noch Live-Fernsehen. Das heißt, man kann da wirklich auch ganz normale ARD einschalten oder ProSieben oder was auch immer man möchte. Nur die RTL-Sachen, also von der ganzen RTL-Sendergruppe sind nicht drin. Aber das will ja eh kein Mensch gucken. Ja, und deswegen kann man das, da kann man Voice zum Beispiel ganz gut gucken. Und wenn man dann irgendwie, also ich in meinem Fall nach dem Stream irgendwie zwei, drei Uhr nachts und naja, dann wird halt zum Einschlafen irgendwie Fernsehen geguckt. Aber wenn Voice of Germany ist, dann guckt man halt, ja, kommen ja mal zwei Folgen die Woche in der Regel am Anfang. Donnerstag und Sonntag, da kann man dann immer Voice gucken. Aber ist jetzt ja erstmal egal, ist jetzt erstmal zu Ende. Kommen wir zum nächsten, wenn wir schon beim Deutschen Fernsehen sind und gehen zu Höhle der Löwen. Es gibt nur noch eine Folge, das heißt, heute ist Dienstag. Heute kommt die letzte Folge für dieses Jahr. Das ist die elfte und das ist die letzte, soweit ich weiß. Und das war für mich die enttäuschendste Höhle der Löwen Staffel bisher, muss ich sagen. Also ich bin wirklich ein großer Fan von Höhle der Löwen seit der allerersten Staffel. Ich finde das einfach ein tolles Konzept. Man muss ja bedenken, was Höhle der Löwen macht, nicht wahr? Ich meine, sie bieten Gründern die Chance, einen Investor oder einen Partner zu finden. Aber was sie halt vor allen Dingen macht, selbst wenn gar kein Investor gefunden wird, ist es halt eine Werbeplattform. Und um neue Ideen, um Erfindungen oder was auch immer halt zu promoten. Das ist ja mehr oder weniger eine Werbesendung in der Hinsicht. Und ich finde es immer spannend, wenn Leute mit eigenen Ideen, mit neuen Unternehmen irgendwie an den Start gehen und mit Innovationen glänzen. Das Problem ist halt nur, über die letzten Jahre, also letztes Jahr fand ich noch besser, aber dieses Jahr sind mir einige Sachen doch sehr übel aufgestoßen bei der Höhle der Löwen. Also ich meine, der einzelne Stern, der heraussticht aus dieser Serie, ist natürlich Ralf Dümmel. Also einfach, ich finde, das ist einer der Investoren, der da stehen sollte. Der nimmt auch mit Abstand am meisten Deals wahrscheinlich mehr als alle anderen zusammen. Und die Leute wollen auch immer zu ihm. Also man könnte das Ganze auch in Höhle des Dümmels umbenennen eigentlich. Aber darum geht es mir nicht mal. Das ist schon die letzten Jahre so, dass Dümmel eigentlich fast alles kriegt, was er will. Ich glaube, das Problem ist eher, also es gab zum einen eine Änderung dieses Jahr. Also wir haben jetzt sieben Löwen und die wechseln immer, aber ganz willkürlich. Teilweise, selbst bei App-Vorstellungen ist Frank Thelen nicht dabei und da wunderst du dich dann auch. Hä, warum? Und ich meine, in den letzten Jahren war es ja schon so, dass Judith und Kofler sich ab und an ausgetauscht haben. Aber das hat immerhin Sinn gemacht, inhaltlich meistens, weil Judith halt eh in fast nichts investiert. Aber dieses Jahr war es halt sehr willkürlich. Und der neue, Nils Klagau, der zwar ein ganz sympathischer Typ ist, denke ich. Und ich meine, der wollte halt nichts haben. Ich glaube, der hat einen Deal die ganze Staffel abgeschlossen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich glaube, er hat auch nur einmal geboten oder zweimal vielleicht. Das ist halt dann ein bisschen Perlen vor die Säue. Ich meine, ich kann es auf der einen Seite verstehen, weil wirklich auch nicht, das ist der nächste Punkt, nicht so viele gute Sachen dieses Jahr dabei waren gefühlt. Ich denke, die Innovation geht ein bisschen flirten mittlerweile. Also das Ding ist, was vorgestellt wird, ist entweder irgendein Food-Startup mit irgendeiner veganen Scheiße und was ganz, ganz gesund ist, oder ist eine App. Und viel mehr gibt es halt dazwischen eigentlich fast gar nicht mehr. Also wirklich, die Food-Startups und die Apps nehmen bestimmt 60 bis 70 Prozent aller Vorstellungen ein. Und das wird natürlich auf Dauer ein bisschen langweilig. Also diese Food-Startups langweilen mich wirklich zu Tode. Ich meine, ich glaube, die nehmen mir ein bisschen Spaß an Höhle der Löwen aktuell. Weil, ich weiß nicht, es ist halt wirklich öde. Ja, es ist wieder ein Food-Startup. Diesmal machen wir keine fucking Ahnung. Jedes Mal ist es irgendwie so eine gesunde Rotze. Und das ist ganz wichtig. Alles aus ökologischer Herstellung. Und unsere Verpackung ist nicht aus Plastik. Und ja, das ist ja alles ganz schön, dass ihr die Umwelt schont. Und dass ihr mit euren ultra teuren Produkten auf den Markt kommt, die sich kein normales Schwein leisten kann. Irgendwie für die Öko-Freaks des Jahrtausends. Und das ist ja alles ganz schön, dass ihr das macht. Aber müssen es denn 20 pro Staffel sein? Ich meine, das ist halt einfach scheißegal. Die einen machen da irgendeinen Pudding. Die anderen machen da irgendwelche Suppen nonstop. Und die anderen machen dann halt wieder irgendwie eine... Ach Gott, ey, keine Ahnung. Es langweilt mich wirklich zu Tode, diese ganzen Fuck-Food-Startups. Das ist halt so uninnovativ und langweilig einfach. Ich meine, es ist ja nicht schlimm, dass es die gibt. Es ist ja gut, dass es die gibt, die kommen. Und die werden teilweise erfolgreich. Nur ist es halt langweilig für die Hülle der Löwen. Weil du willst halt innovative Sachen sehen, ne? Coole Erfindungen oder wirklich Weltneuheiten oder wenigstens eine richtig gute Idee. Aber es ist halt keine gute Idee heutzutage, irgendein Produkt, was es schon gibt, gesünder zu produzieren und es vegan zu machen. Es ist halt einfach nur, ja, wir springen auf den Zug auf und here we go. Jetzt haben wir halt, keine Ahnung. Jetzt haben wir halt... Und das ist halt jedes Mal das Gleiche. Du weißt auch schon genau, was kommt. Ich kann wirklich die Pitches selbst machen, ohne dass ich das Produkt kenne. Wir sind voll vegan. Wir haben keine Zusatzstoffe. Wir sind glutenfrei. Und unsere Verpackungen sind nicht aus Plastik. Und du denkst dir, ach Gott, mir doch fuck egal. Viel Spaß, ey. Dann seid ihr halt ganz, ganz toll und modern. Aber interessiert mich ein Scheißdreck. Naja, und das ist halt die ganze Staffel irgendwie. Es kamen ein paar gute Sachen, auch die Staffel. Ich fand diesen Camping-Klo-Reiniger ganz cool. Das war eine Sache, die ich sehen will. Weil da denkst du beim ersten Mal, was das denn? Aber das war cool. Aber in sowas investiert dann halt auch nie jemand. Ergo gehen die halt immer wieder nach Hause. Oder diese Winterkollektion fand ich ganz cool für die Kinder. Das fand ich halt eine coole Idee, den Kindern so Anzüge für den Schnee und Co zu geben, die dann irgendwie so cool aussehen. Und was gab es noch? Das Fahrrad fand ich ein bisschen doof, weil ich glaube, es ist einfach nicht sehr praktisch gewesen. Aber okay, immerhin war es ein bisschen innovativ, das Konzept. Naja, und dann gab es noch ganz viele andere Sachen. Aber das meiste waren halt dann am Ende wieder Food-Startups und irgendwelche Apps. Und ja, keine Ahnung. War wirklich nicht die beste Staffel. Ich denke, es hatte nicht die besten Löwen. Ich denke, es hatte nicht die besten Gründer. Und ja, hat sich ein bisschen totgefahren, die ganze Sache. Ich hoffe, dass sie das merken. Ich hoffe, dass die Einschaltquoten ein bisschen zurückgegangen sind. Dass sie nächstes Jahr ein bisschen was ändern. Mal wieder gescheitere Gründer da hinsetzen, die auch investieren wollen. Weil aktuell ist es eigentlich so. Ich meine, nicht falsch verstehen. Ich kann mit Whirl leben. Aber Whirl ist eigentlich, die bietet immer für das Gleiche, für was auch Dümmel bietet. Und Dümmel gewinnt jedes Mal eigentlich, weil Dümmel besser ist. Und dann haben wir Thelen und Maschmeyer, die so gut wie nie investieren. Außer in wirklich lukrative und große Sachen. Und es ist okay, dass die da sitzen. Judith investiert in absolut gar nichts, auch wenn sie die Sachen gut findet. Also wirklich ein Gebot pro Staffel, wenn es hochkommt. Vielleicht maximal zwei. Und Cofly ist auch ganz okay. Aber ich denke, da fehlt noch irgendwie ein frischer Wind. Irgendwas Cooles, den du da reinpackst. Und Nils Klager war es leider definitiv nicht. Und ich fände es auch besser, wenn sie wirklich bei fünf Löwen bleiben, die jeden Pitch mitmachen. Weil dieses Hin- und Hergeswitche, musst du mal gucken, wer ist überhaupt gerade da. Das langweilt mich. Und auf der anderen Seite denke ich wirklich, dass es ein bisschen sinnvoll wäre, diese Food-Startups langsam ein bisschen zurückzufahren. Weil es halt einfach todesöde ist. Ich meine, wir alle wissen, dass es ganz viele neue Food-Startups gibt, die ganz innovativ irgendwelche Scheiß-Sachen umbauen und sie gesünder machen. Das ist ja alles ganz toll. Interessiert mich aber nicht die Bohne. Und vor allen Dingen ist es halt einfach ein uninteressanter Pitch. Weil du weißt sofort, was es ist. Und das ist einfach Perlen vor die Säue. Von daher, mal gucken, ob die letzte Folge der Staffel noch ein bisschen was zu bieten hat. Es war weiterhin unterhaltsam. Das kann ich nicht abstreiten. Ich gucke das immer noch gerne. Aber im Vergleich zu den letzten Staffeln fand ich das schon sehr abfallend. Also für mich definitiv die schlechteste Höhle-der-Löwen-Staffel leider. Und naja, dadurch, dass Voice of Germany und Höhle-der-Löwen lustigerweise immer gleichzeitig laufen, sind das wirklich die einzigen, sage ich mal, fast drei Monate im Jahr, die ich richtig Fernsehen gucke. Wo ich wirklich Sachen gucke. Und naja, jetzt mit Höhle-der-Löwen heute Abend, wenn das dann endet, dann ist meine Fernsehzeit wieder zu Ende. Also bis in den nächsten Herbst, dann kommt wirklich ab und an mal, wie gesagt, heute Show oder eben Joko und Klaas Events. Aber die kommen ja auch nicht so oft. Gut, haben wir das auch abgearbeitet. 22 Minuten auf der Uhr. Na, ist das nicht schlecht. Ich habe fast ein Viertel geschafft. Fuck my life. Da habe ich mir ja was eingebrockt. Gehen wir weiter mit Hearthstone Battlegrounds. Ja. Ich meine, wir haben die ganzen Monate und das ganze Jahr geshared. Wann Blizzard wohl den Autobattler rausbringt. Und haben immer gescherzt, dass das wahrscheinlich 2025 der Fall sein wird. Weil Blizzard so fucking langsam ist in allem. Und ja, das hat sich nicht bewahrheitet, muss man sagen. Also sie haben den Trend doch erkannt und haben ihr Hearthstone Battlegrounds rausgebracht. Ein sehr innovativer Autobattler. Im Card Game gewandt, für Hearthstone angepasst. Was ja nicht schlecht ist. Es sah halt auf dem ersten Blick sehr billig aus. Und auf dem zweiten Blick sieht es immer noch relativ billig aus. Kann man nicht vorstellen, dass da sehr viel Programmierarbeit eingeflossen ist. Ich glaube, das haben sie in wenigen Wochen, sechs Monaten zusammengeschustert. Aber dafür macht es sehr, sehr viel Spaß. Also wir haben jetzt eine Woche Battlegrounds hinter uns. Heute wird es dann für alle frei spielbar. Und es gibt, wie gesagt, einige Kinderkrankheiten leider. Also das Balancing ist ein bisschen off. Und der Balance-Patch, der heute kam, der ist eher ein Witz. Weil der hat die Sachen aus meiner Sicht eher schlimmer gemacht. Und der hat überhaupt nicht die relevanten Sachen angepackt. Das ist ein bisschen besorgniserregend schon wieder. Aber das ist halt auch Blizzard. Blizzard ist sehr spät und langsam im Reagieren. Wird interessant sein zu sehen, ob das für einen Autobattler gut genug ist. Also ob Blizzard für einen Autobattler gut genug ist. Weil sie einfach sehr langsam reagieren. Denn eigentlich müssen halt, wenn Sachen wirklich absurd broken sind, wie der Amalgam aktuell, dann muss der eigentlich instant genervt werden. Und nicht, naja, mit Blizzard-Logik fünf Wochen oder zwei Jahre später. Das ist dann ein bisschen zu spät. Der Balance-Patch heute war sehr ernüchternd und enttäuschend aus meiner Sicht. Weil ich denke, wirklich, da hättest du einiges machen können. Ich denke, die Woche hat viel gezeigt. Und jetzt zum offiziellen, sag ich mal, Beta-Release heute. Hätte ich mir da mehr gewünscht, dass sie da wirklich zeigen, sie sind hinterher und machen das, sag ich mal, wie TFT oder Co. mit einem wöchentlichen Patch, der wirklich viel aufrüttelt. Tun sie nicht. Aber ist vielleicht von Blizzard auch einfach nicht zu erwarten im heutigen Zustand. Und naja, das ist erstmal ein Dämpfer. Sie haben ein bisschen reagiert auf die Kritik am MR-System. Es gab mehrere große Threads im Hearthstone-Reddit, dass das MR-System kacke ist. Was es natürlich ist. Ich weiß nicht, wie man auf so eine dumme Idee kommen kann. Aber das wusste ich auch schon bei Artifact und Underlords und Co. nicht. Von daher, Firmen sind offenbar zu unbegabt, Rankingsysteme zu etablieren, die funktionieren. Obwohl sie 20.000 Beispiele haben von Systemen, die funktionieren. Ziemlich amüsant. Ja, das Ranking ist ein bisschen off. Aber immerhin weiß Blizzard Bescheid. Die haben geantwortet und gucken sich das offenbar an. Und werden dann offenbar verstehen, hoffentlich, dass sie ein bisschen doof sind. Und ja, dann gibt es halt wie gesagt noch einige Quality-of-Life-Sachen, die natürlich fehlen. Aber da machen sie jetzt halt auch schon den ersten Job mit dem Patch heute. Dass man ein bisschen was sieht, was der Gegner so hat. Das ist ganz cool. Dass man ein bisschen scouten kann zumindest. Ja, generell Battlegrounds. Langzeitsache. Es kommt wirklich viel auf Blizzard an. Ich denke, dass einige Sachen von Battlegrounds besser sind als Auto-Chess slash TFT. Weil die Spiele schneller sind. Weil es sich dynamischer anfühlt. Weil man gefühlt mehr macht und weniger spart. Weil es ein bisschen lustiges ANG ist, was einen wirklich auch tiltet und emotional total einbindet. Das, was Harvestone immer stark gemacht hat in einer gewissen Hinsicht. Aber auf der anderen Seite ist es Blizzard. Und ich traue Blizzards nicht zu. Also der Patch heute hat mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Wo ich sage, wenn das euer erster Balance-Patch ist, dann habt ihr es nicht ganz verstanden. Wie man einen Auto-Battler patcht, nehme ich an. Das hat mir ein bisschen zu denken gegeben. Und wenn ich an die letzten 5, 6 Jahre Harvestone zurückdenke, wie schnell Patches und Cook kamen, habe ich doch ein bisschen Sorgen in der Hinsicht. Das heißt, generell ist, denke ich, Battlegrounds, wenn man es wirklich gut betreuen würde, hat es, denke ich, das Potenzial, der größte Auto-Battler zusammen mit TFT zu sein. Oder auf Augenhöhe zu arbeiten. In einem ähnlichen Genre, aber nicht im gleichen. Aber wir müssen halt gucken, was Blizzard macht. Also, wie gesagt, Battlegrounds hat wirklich einige Vorteile. Es ist schnell, es macht Spaß, es ist dynamisch und es ist nicht so zäh und langgezogen, sondern es geht wirklich Schlag auf Schlag. Und ich habe es ja in meinem einen Video schon gesagt, wenn man da halt ein paar Features einbaut, wie den Ready-Button und wenn man halt die Balance-Patches schiebt und ja, wenn man einfach noch einige Sachen improved, dann könnte es besser werden. Aber ich weiß nicht, ob Blizzard, wie gesagt, dazu in der Lage ist. Von daher, Battlegrounds, reden wir später gleich nochmal ein bisschen drüber beim anderen Thema, aber müssen wir erst mal schauen. Reden wir stattdessen über TFT Season 2. Ich werde die ganze Zeit gefragt, warum ich kein TFT spiele, weil seit ungefähr einer Woche ist ja TFT die Season 2, das Set 2, auf dem Live-Server. Der einzige Grund, warum wir es nicht spielen, ist, dass das Rank-System in der Pause ist. Das macht Riot ja relativ gerne. Das ist eine der Sachen, die ich am meisten kritisiere, gefühlt an Riot, dass sie ständig ihre Spiele in Rank-Pausen schicken, was man eigentlich nicht tut aus meiner Sicht heutzutage. Ich meine, die Begründung ist halt klar, nicht wahr? Riot sagt, sie wollen ein Competitive-Umfeld haben und solange das Set noch nicht komplett gebalanced ist und ein bisschen bugged ist hier und da oder was auch immer, wollen wir kein Ranked etablieren. Das machen sie ja auch mit der Preseason in League. Da gibt es dann ein, zwei Monate gar kein Ranked. Ich weiß nicht genau wie lange, ich glaube ungefähr eineinhalb Monate oder so immer. Das machen die schon immer so. Und das ist halt immer richtig, richtig furchtbar, wenn du das als Main-Game hast und dann ein, zwei Monate kein Ranked ist. In TFT sind es Gott sei Dank nur zwei Wochen, das heißt jetzt noch eine Woche und dann sollte Ranked wieder kommen mit dem Patch 9-2-3, glaube ich. Ich mag das trotzdem nicht. Ich denke auch, wenn es verbuggt ist ein bisschen und wenn es nicht gebalanced ist und hast du nicht gesehen, wenn es ein paar Probleme gibt, dann kann man trotzdem Ranked schon anmachen. Ich sehe nicht, was dagegen spricht, weil es ja für alle das Gleiche. Aber was soll's. Das ist der Grund, warum wir aktuell kein TFT spielen. Und viel kann ich über das Set auch gar nicht sagen, weil ich wirklich jemand bin heutzutage. Also erstmal hatte ich ja zu tun mit Battlegrounds und vorher hatte ich mit League und TFT zu tun, nicht wahr? Da konnte ich es nicht auf dem PBE spielen oder wollte es nicht. Aber ich bin generell halt auch jemand, der, also ohne Ranked, habe ich da einfach keine Motivation. Also ich habe nicht die Motivation, auch nur ein einziges TFT-Spiel zu spielen, bevor das Ranked online geht. Das bedeutet, sobald Ranked wieder on geht in der Woche, da werde ich dann wieder TFT spielen und da müssen wir uns dann halt neu einfinden, weil es ist ja wirklich ein komplett neues Spiel. Also es ist ja wirklich von Grund auf geändert. Es sind ja nur gefühlt, was weiß ich, fünf bis zehn Einheiten noch gleich geblieben. Alles andere ist neu. Alle Allianzen sind neu. Neue Modis oder neue Features auf dem Feld an sich und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, ja, eine ziemlich große Sache. Und von daher freue ich mich darauf. Basically ein neuer Autobattler in einer Woche, den ich dann anspielen kann, wo wir dann wieder um eine Ladderplatzierung kämpfen. Und das wird natürlich auf jeden Fall was Cooles. Dann gehen wir zu Underlords, wenn wir schon bei den Autobattlern waren. Und ja, also, was soll ich zu Underlords sagen? Also das Ding ist, an dem Punkt, wo TFT Ranked startete, am Tag davor habe ich mein letztes Underlords-Spiel gespielt. Das ist jetzt mittlerweile, was weiß ich, drei Monate her oder so. Und ich hatte auch nie wieder das Gefühl, dass ich in Underlords reinschauen möchte. Ja, und ich muss dabei bleiben, auch wenn die Devs von Underlords sehr nett und Community zugänglich sind und ihr Bestes geben, glaube ich, wirklich. Also man hat zumindest das Gefühl, dass das wirklich Devs sind, die das Spiel am Herzen liegt. Ich bleibe dabei, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, die sind komplett inkompetent. Also das ist halt wirklich nicht mal böse gemeint. Aber ich glaube, die können es einfach nicht. Underlords, wenn man sich anguckt, seit dem Start verliert regelmäßig und kontinuierlich Spieler. Underlords verliert gleichzeitig kontinuierlich Twitch-Streamer und damit absurd viel Twitch-Viewer. Teilweise haben die in der Nacht nur noch 1.000 Viewer oder so. Also die kommen bald auf Artifakt-Niveau. Und das alles hat Gründe. Underlords ist basically ein riesiger Fail. Und zwar nicht ein Fail vom Spiel an sich, sondern vom Spielprinzip. Ich meine, es ist ja einfach nur Auto-Chess. Und nicht von der Motivation und der Zeit, die reingesteckt wird, wo man sagt, die Devs sind nicht hinterher, sondern es ist ein Fail von Inkompetenz. Auch wenn ich selbst nicht spiele, beobachte ich natürlich alles über das Underlords-Reddit und lese immer alles, seit ich weg bin, weil ich immer denke, wenn ich was Gescheites lese, was mich überzeugt, dann kommen wir vielleicht zurück. Weil ich hatte ja am Anfang durchaus viel Hoffnung auf Underlords gesetzt. Aber ich glaube, die sind einfach, wie gesagt, inkompetent. Das ist echt ein Problem. Also ich meine, es gab verschiedene Punkte in der Entwicklung am Anfang von Underlords, wo ich euch gesagt habe, ich glaube, die sind einfach nicht gut. Also das sind Sachen, die machst du nicht, wenn du Ahnung von Spielen hast. Und naja, genau das machen sie weiterhin, lustigerweise. Also und zwar in einem Ausmaß, dass man es sich gar nicht vorstellen kann. Ich habe ja eine Zeit lang gesagt, dass Underlords tot gequentet wurde am Anfang. Und damit meinte ich, das, was Quent damals gemacht hat, diese dauernden Updates und komplette Umkehrungen des Spiels, also wirklich jede Karte gechanged, Karten komplett umgeändert, also bestehende Karten. Und das hat halt dazu geführt, dass wenn du dich zwei Wochen nicht eingeloggt hast, du ein komplett neues Spiel hattest und all dein Knowledge für den Arsch war. Und das haben sie mehrmals gemacht, mit großen Updates. Und das war furchtbar. Und deswegen habe ich gesagt, Underlords macht das Gleiche, weil Underlords halt genau das Gleiche getan hat. Diese absurden Updates, nicht wahr? Nicht falsch verstehen. Wir alle, wir Gamer, für unsere Spiele wollen Updates haben. Wir wollen Patches haben, wir wollen Balances haben und Co. Was wir aber in der Regel nicht wollen, ist komplette Spielumkrempelungen, und zwar nonstop. Warum wollen wir das nicht? Weil, und das verstehen einige Entwickler offenbar wirklich nicht, weil es sich da nicht gut anfühlt. Du möchtest sagen, guckt, wie kann ich das Beispiel nehmen? Nehmen wir Keeper of the Light, aus Auto Chess als Beispiel, oder aus Underlords eben. Ich meine, das ist eine Unit, das ist ein Mage, der kostete 4 Mana, und der steht in der Ecke und castet, und ist ein Mage. Und macht viel Damage. So. Wenn man den jetzt ändern möchte, und was an der Balance ändern möchte, dann sollte man aus meiner Sicht Kotel nicht vom Prinzip ändern, sondern man sollte eventuell ihn teurer oder günstiger machen, je nachdem, ob er zu stark oder zu schwach ist, oder man sollte ihn langsamer casten lassen, oder irgendetwas, nicht wahr? Also nur als Beispiel. Völlig unabhängig von dem, ob Kotel geändert wurde oder nicht. So sind Änderungen aus meiner Sicht. Wenn eine Einheit einmal im Spiel ist, dann sollte man sie in der Regel auch so lassen. Außer, man macht das wie TFT, und sagt, hey, wir machen Sets, und alle 3, 4 Monate switcht alles einmal komplett raus, und wir haben ein neues Spiel. Das ist auch okay. Aber, an einem bestehenden Spiel, was immer so weiterentwickelt wird, dauernd Sachen komplett zu ändern, ist halt scheiße. Und das macht Underlords im großen Stil. Also wirklich im absurd großen Stil. Da werden komplette Units komplett umgebaut. Was irgendwann mal eine 1-Mana-Unit war, ist jetzt eine 5-Mana-Unit. Was eine 5-Mana-Unit war, ist jetzt eine 1-Mana-Unit. Die haben andere Spells teilweise. Die sind 20-mal stärker. Die haben teilweise eine andere Allianz. Auf einmal ist der Hunter kein Hunter mehr, sondern ein Warrior, und der Warrior ist ein Hunter. Das ist einfach dumm. Man kann es nicht anders sagen. Das macht man nicht. Jeder, ich meine, du verprellst doch deine gesamte Casual-Base, wenn du nonstop so krasse Sachen änderst. Ich meine, der gute alte Horst, Fernfahrer 40 Jahre, der spielt nur am Wochenende, ein bisschen Underlords. Und in dieser einen Woche, da hat der am einen, am, am, am Wochenende, hat der noch den Tidehunter gespielt, in seinem 6er-Hunter-Setup. In der nächsten Woche, hat der auf einmal eine andere Mana-Kosten, und das ist ein Warrior. Das ist scheiße. Das ist einfach scheiße. Das macht man nicht. Nicht in dem Ausmaß, nonstop. Oh, Underlords macht es halt am Anfang. Und das kam mir halt schon komisch vor, weil es eigentlich gegen gängige Game-Design-Richtlinien verstößt, was sie da tun. Man macht das einfach nicht in dem Ausmaß, nonstop, vor allen Dingen grundlos. Sachen, die funktioniert haben, wurden kaputt gemacht, nur dafür, dass es halt geändert wurde, und dass es dafür in die Lore passt, oder hast du nicht gesehen, was weiß ich warum. Oder dass es in ihr Bild des Spiels passt. Das heißt, sie opfern das Spiel, in der jeweiligen Vorstellung, der ursprünglichen chinesischen Entwickler sozusagen, und wollen es in ihr eigenes Spiel pressen. Aber damit machst du dir halt nicht nur Freunde, du machst dir eher Feinde. Ein weiteres Indiz dafür, ich muss noch kurz was trinken. Boah, das wird lange. Es geht gleich weiter. Ich habe so viel geredet, dass ich keinen Atem mehr habe. Ich habe zu wenig geatmet. Ich brauche, glaube ich, so eine Schauspielausbildung, dass ich lerne, wie ich richtig atme, wenn ich ganz viel spreche. Völlig erschöpft. Das nächste, und der Hauptgrund, warum ich dachte, dass sie nicht wirklich kompetent in dem Bereich sind, den sie da bearbeiten, war natürlich ihr Rankingsystem zu Beginn. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, viele Systeme, jetzt auch Battlegrounds zum Beispiel, versauen ihr Ranking. Aber das war bei Underlords nochmal was anderes. Also bei Hearthstone Battlegrounds, da kann ich den Grund verstehen, dass sie das so gemacht haben. Es ist halt nur scheiße, sonst ist es nicht zu Ende gedacht. Was sie bei Underlords gemacht haben, war ja komplett absurd. Also wirklich, das war ja das Dümmste und das in mehreren Etappen. Ich versuche euch das nochmal, ich versuche es nochmal selbst aus dem Kopf zusammenzufassen, wie das war. Also, so viel Idiotie ist das unfassbar. Ab Anfang gab es gar kein Ranking kurz, glaube ich, und dann kam das Ranking sehr, sehr schnell und das war super, da haben wir uns alle gefreut. Und dieses Ranking war komplett komisch. Also du hattest irgendwie die ersten, was weiß ich wie viele, in der Ränge und egal was du gemacht hast, du hast teilweise sogar einen siebten oder achten Platz gemacht und du bist aufgestiegen. Warum auch immer. Und ich weiß noch, dass wir mit Nomi die ersten Spiele in diesem Rang zusammen im Duo gespielt haben und ich hatte viel bessere Platzierungen als er, aber wir sind genau auf dem gleichen Rang rausgekommen zu dem Punkt. Das war sehr absurd. Naja, es hat sich dann halt gezeigt, dass einfach jeder zum höchsten Rang Big Boss kommt, solange er einfach nur genug spielt. Und ab Big Boss wurde es dann absurd schwer, weil dir wirklich dann, also du, du hast drei Spiele in Folge gewonnen und bist von Big Boss 4 auf Big Boss 2 gestiegen. Dann hast du ein Spiel verloren und bist wieder auf Big Boss 4 runter. Das war wirklich alles komplett absurd. Dann wurden die Lords eingeführt, das ist sozusagen die Legend-Leader von Underlords gewesen. War halt immer noch alles Kacke, weil man musste dann, sie hatten ja auch kein richtiges Matchmaking. Das Matchmaking war komplett off, deswegen haben wir dann versucht, gleichzeitig zu queuen mit mehreren Top-Spielern, weil die den Suchradius nicht lange genug hatten und wir dann teilweise wirklich mit Rängen, die, was weiß ich, zwei komplette Divisions unter uns waren oder zwei komplette Ligen gematcht wurden und da dann für einen Sieg so gut wie gar nichts bekommen haben und für eine Niederlage sind wir irgendwie 20 Ränge getroppt. Das war alles fucking absurd. Naja, dann haben sie das geändert und nach längerer Kritik unter anderem von mir haben sie es dann geändert irgendwann, weil keiner damit zufrieden war, weil es dann einfach dumm war und dann haben sie es geändert in das dümmste System, was ich je gesehen habe. Also mit allem Respekt, sowas Idiotisches kannst du dir eigentlich nicht ausdenken. Da haben sie es dann in ein Flat-System umgeändert. Das bedeutet, du hast für jeden Sieg 100 bekommen, für jede Niederlage, also für jeden achten minus 100, für jeden zweiten glaube ich 50 oder so, für jeden siebten minus 50 und so weiter. Das hört sich ja alles auf den ersten Blick ganz sinnvoll und fair an, ist es aber natürlich nicht in einem richtigen Ranking MMA or whatever System. Das klappt ja nicht. Weil dann bedeutet das ja, dass du die besten Spieler, die natürlich eine überdurchschnittliche Winrate haben, werden mit dem System, wo es Flat-Punkte gibt, ja immer weiter nach oben kleinsten und zwar endlos. Das muss man sich ja so vorstellen. Der einzige Grund, warum im normalen guten Ranking-System jemand nicht 10.000 Punkten über dem zweiten ist, ist ja der, dass wenn der zu weit oben ist, er immer weniger Punkte bekommt und die hinten immer mehr Punkte, wenn sie mal gegen ihn gewinnen und er mehr verliert. So funktioniert ein Ranking-System. Weil das System sagt, okay, also ganz einfaches Beispiel, wenn wir jetzt ein One-on-One-Game nehmen würden, einer hat eine 2000er Elo, der andere hat eine 1500er Elo, die spielen gegeneinander. Wenn der 2000er Elo-Typ gewinnt, dann kriegt er natürlich weniger, weil sein Gegner ja nicht stark genug war. Der war ja unter ihm. 1500. Das heißt, für den Sieg kriegt er vielleicht plus 5 Punkte und der Gegner verliert minus 5. Das wäre sinnvoll. Wenn bei einem Sieg von dem 1500er gegen den 2000er, da sollte dann der 1500er halt zum Beispiel plus 15 bekommen und der oben minus 15 verlieren. Weil der Schwächere hat den Stärkeren besiegt, das heißt, er hat eine stärkere Belohnung. Der Stärkere ist offenbar gar nicht so stark. Das System muss das dann erkennen und sagen, okay, dann verlierst du auch viel, viel mehr. Du musst runter. Weil, kann ja nicht sein. So, das Ganze muss natürlich beim Autobattler mit ANG eingerechnet werden und Co. ist schon klar. Das heißt, man kann nicht immer gewinnen. Die Abstufungen dürfen also nicht zu stark sein. Aber das sind sie auch in normalen Ranking-Systemen, in normalen Elo-Systemen nicht. wenn das eingegliedert ist irgendwann, eingependelt. Naja, aber du kannst halt kein Flat-System machen. Weil das bedeutet ja, zwei Leute, die die gleiche Win-Rate haben und gleich gut sind, dann ist der oben, der mehr gespielt hat. Das ist doch jedem klar. Und das ist falsch. Also, nehmen wir an, jemand mit diesem Flat-System, jemand hat eine 60% Rate in den Top 4 und die Aufteilung ist genau gleich wie von wem anders. Und der hat jetzt 100 Spiele gemacht. 100 Spiele mit 60% Top 4. Nicht schlecht. Und dann ist ein wer anders da, der hat 1000 Spiele gemacht in der gleichen Zeit mit einer 55% Win-Rate in den Top 4 sozusagen. Und mit einem Flat-System ist der mit 55% über dem mit 60%, weil er einfach viel, viel mehr gespielt hat. Der ist viel, viel weiter oben. Und, naja, das gab natürlich Kritik, weil logischerweise gab das Kritik. Das ist ja komplett absurd, der Scheiß. Die besten Snowballen immer weiter und wer später anfängt, hat keine Chance, sie einzuholen und so weiter. Das gab dann einen Shitstorm, den nächsten gegen das Ranking-System und dann hat Valve diesen legendären aus meiner Sicht Steam-Post verfasst, wo sie sagten, offenbar war es euch wichtig, dass nicht die Spieler oben in der Ladder sind, die am meisten spielen, sondern die, die am besten sind. So ungefähr stand das da. Legendär. Ich hab mich so bepieselt vor Lachen, dass sie das so schreiben, weil das hat sich so angehört, als ob sie völlig überrascht davon sind, dass die Community in der Ranking-Ladder am liebsten die haben würde, die oben stehen, die auch am besten sind. Das ist wirklich, also, das ist aber auch eine überraschende Sache. Und, ja, das war der nächste Punkt der Inkompetenz. Und dann haben sie das geändert und jetzt ist es, glaube ich, ansatzweise okay. Ich höre zumindest nicht mehr viele Complaints. Offenbar haben sie es irgendwie hinbekommen. Aber wenn du halt alleine für ein Ranking-System schon irgendwie drei Anläufe brauchst und wirklich zweimal es so in den Sand setzt, dass es wirklich der letzte Garbage des Planeten ist, dann weißt du halt schon, irgendwas stimmt mit denen nicht. Naja, egal. Dann haben alle auf das Big Update gewartet in Underlords. Und zwar über Wochen und Monate. Die Entwickler haben es geteasert ohne Ende und sagten immer wieder, ja, wir machen jetzt weniger kleine Patches wie vorher, weil das Big Update kommt. Alles wird neu. Schon wieder. Sie quenten schon wieder. Und das Big Update kam jetzt vor zwei Wochen oder so, glaube ich. Zwei, drei Wochen. Naja, und angefangen hat es mit, also sie haben die Underlords integriert. Das ist sozusagen, man wählt einen Held aus, der spielt dann mit und ist sau stark und hat verschiedene Talente und Co. Und sie haben den Duo-Modus integriert, was natürlich eine gute Sache ist. Sie haben so einen Sandbox-Modus integriert, wo man Sachen testen kann, was auch eine gute Sache ist. Und sie haben halt ganz viele andere Sachen geändert. Allianzen geändert, Items geändert, glaube ich. Sie haben Optik geändert, weil die Underlords irgendwo stehen müssen und die Healthbars haben sie geändert und sie haben alles Mögliche geändert. Also wirklich, das Big Update war ein Big Update, nur keiner mochte dieses Big Update gefühlt. Das ist natürlich ein Problem. Auch hier haben sie halt wieder komplett verkackt, aus meiner Sicht. Ich meine, ganz am Anfang war es schon mal die größte Clown-Fiesta. Wenn man davon Bilder gesehen hat, hast du dir gedacht, das hat ein Fünfjähriger gezeichnet mit Paint, das ist alles überladen, das ist überhaupt keine, also eigentlich hat man ja Leute, die das Interface designen und die darauf achten, dass das gut aussieht und sich gut anfühlt. So Leute hatte Underlords noch nie, deswegen gab es am Anfang auch so viele Complaints, dass sie alle sagen, es ist alles so düster, es fühlt sich alles nicht so richtig an und das stimmt zu teilen. Ich fand das zwar nie ein großes Problem, aber da hast du schon gemerkt, sie sind nicht so gut. Mit dem großen Big Update haben sie es halt noch weiter in den Sand gesetzt. Jetzt ist alles überladen gewesen, die Healthbuzz sahen komisch aus und man hat einfach das Gefühl, meine Güte, wie kann denn sowas durchgehen? Wurde dann wieder viel gepatcht direkt im Anschluss, viele Bugs rausgenommen und jetzt ist es ansatzweise okay, glaube ich. Nur das Problem ist, vielen Leuten macht das Spiel einfach keinen Spaß mehr. Also vorher gingen die Spielezahlen immer weiter runter, mit dem Big Update gingen sie kurz ein bisschen wieder hoch und jetzt sinken sie basically ins Bodenlose schon wieder, weil sie halt das Genre komplett umgewirbelt haben. Also die Underlords sind offenbar so stark, dass sie fast alles selbst dominieren und es ist sehr viel weniger, sage ich mal, ich kann es nicht genau beurteilen, ich habe es ja selbst nicht gespielt, aber von allem, was ich sehe, fühlt sich es einfach auch gar nicht mehr wie Autochess an, sondern es ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, sie haben da ganz viele Sachen, auch die Traps damals ins Spiel gebracht. Das ist ja nicht schlecht, Innovationen sind ja gut, nur sollten sie halt auch das Spiel besser machen und offenbar alle Sachen, die Underlords da ins Spiel reinpfeffert, machen das Spiel eher schlechter, wie es aussieht. Und ja, an dem Punkt ist Underlords jetzt, ich glaube, sie haben noch manchmal so ungefähr 20.000 Spieler gleichzeitig online, was natürlich ein Desaster ist, weil man muss ja bedenken, die sind mobile und die Mobile-Zahlen sind in diesen Zahlen drin. Das heißt, die haben ein neues Spiel, wo sie relativ viel Effort reinstecken und die sind Cross-Plattform, die sind auf Steam und Mobile verfügbar und zwar der einzige große Autobattler, sage ich mal, aus dem großen Haus, der Mobile verfügbar ist, weil TFT und, na gut, Battlegrounds ist jetzt auch Mobile, aber TFT ist ja noch nicht Mobile. Das heißt, der härteste Konkurrent in einer gewissen Hinsicht ist gar nicht Mobile erhältlich und naja gut, die Mobile-Version haben sie leider auch abgeschossen mit dem Update, das war natürlich auch unglücklich, da klappt wohl auch nicht mehr viel, aber naja, am Ende des Tages haben sie nur noch 20.000 Spieler gleichzeitig und für einen Free-to-Play-Game von Branchen-Gigant Valve mit Cross-Plattform ist 20.000, glaube ich, nicht sehr viel, vor allen Dingen in einem Umfeld, was dauernd weiter sinkt und sinkt und wo die Leute, die das Spiel spielen, immer unzufriedener und unzufriedener sind. Ja, aber an dem Punkt sind sie und ich weiß es nicht, ist wirklich, ja, also ich habe keine Hoffnung mehr auf Underlords, sagen wir es so, ich denke Underlords, die Geschichte ist einfach tot, wenn ich ehrlich sein soll. Es ist einfach, ich glaube, die Entwickler sind nicht gut genug, um wirklich, ich glaube, die verstehen überhaupt nicht, was sie da tun. Es ist mir selten bei einem Spiel so krass aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte, die wissen gar nicht, was sie tun. Also die haben Visionen, aber die sind nicht, das ist nicht das, was Spieler wollen eigentlich. Und ja, ich glaube wirklich, dass das ein ziemliches Trash-Team ist und ich weiß nicht, wo sie die aufgegabelt haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die schon viel Erfahrung in der Spieleindustrie haben und ganz ehrlich, also wenn du mich als Direktor, als Manager da hinsetzen würdest, der das Ganze überwacht, dann hätten sie ein besseres Spiel, da bin ich sehr, sehr überzeugt von. Es ist einfach so, wie gesagt, sie quenten das Spiel, sie over-updaten es, sie ändern viel zu viel, die Updates sind nicht gut, die Leute mögen die Updates nie und das ist halt wirklich sehr seltsam, wenn du das so kontinuierlich hinbekommst, weil, naja, die Leute feiern selbst schlechte Updates in der Regel, die nicht ganz so krass sind, aber wenn die halt so schlecht sind, dass sie das Spiel wirklich nahezu unspielbar machen oder alles komplett umkrempeln und das nonstop, dann sind die Leute halt ein bisschen abgefuckt und das, ja, zeigt sich in den Spielerzahlen und ich glaube, Underlords ist wirklich close to death. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich einstellen werden oder ob sie es einfach versuchen, irgendwie am Leben zu halten, aber, also, ich würde mich sehr wundern, wenn wir in einem Jahr noch irgendwas über Underlords überhaupt reden, also, also in einem Jahr, ab jetzt, wenn da Underlords überhaupt noch ein Thema ist, würde es mich sehr überraschen. Ich denke, da werden noch ein paar andere Autobattler von Indies und Co. rauskommen oder vielleicht auch noch von einem großen, ich denke, Battlegrounds wird sich weiterentwickeln, ich denke, TFT ist auf einem absurd guten Weg, dazu kommen Konkurrenzprodukte wie Legends of Runeterra und Co. Ich sehe einfach keine Nische für Underlords mit diesem Death Team, mit dieser Entwicklung und ja, das also zu Underlords. Dann schließen wir die Games nochmal kurz ab und gehen nochmal zu League of Legends. Wir haben zwei, drei Wochen League of Legends gespielt oder einen Monat ungefähr, auch natürlich durch den World-Type begünstigt. Und es war eine sehr lustige Zeit. Das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich wirklich wieder so viel am Stück League of Legends gespielt habe. War natürlich auch hilfreich, dass Nomi dabei war. Das hat natürlich ein bisschen Spaß gemacht zusammen, da irgendwie Richtung Platin zu climb, was wir auch beide geschafft haben. Weiß nicht, die vorherigen Versuche wieder League zu spielen haben immer relativ schnell geendet. Aber ja, es hat schon Spaß gemacht, vor allem weil wir dann halt wirklich auch deutlich besser wurden mit einigen Chams, einen richtig schönen Champool wieder aufgebaut haben. Und vor allen Dingen muss man halt auch sagen, ich meine, ich bin zwar niemand mehr heutzutage, der viel auf die Viewer schaut, aber die Viewer haben halt auch gestimmt. Ich habe teilweise über 500 Viewer mit League of Legends gehabt. Das ist ziemlich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass League of Legends zusammen mit Counter-Strike und WoW Retail mein schlechtestes Stream-Spiel of all time war vorher. Also wirklich, das absolut schlechteste. Wir hatten mehrere Etappen immer mal versucht, ein bisschen Counter-Strike und League zu spielen, immer so zum Spaß nebenbei, auch während wir noch Hearthstone gespielt haben oder gestreamt haben. Und das ging immer komplett in die Brüche mit den beiden Spielen. So Sachen wie Dead by Daylight oder Pokémon Go oder whatever. Das lief ganz okay in der Regel, aber League oder Counter-Strike natürlich auch durch die Übersättigung des Marktes auf Twitch lief eigentlich nie. Und ja, jetzt wo ich League gespielt habe, war das auf einmal sehr erfolgreich eigentlich. Also die Viewerzahlen waren nicht auf absoluten TFT oder Hearthstone-Battlegrounds jetzt Niveau, aber die waren schon übertrieben gut und das hat natürlich auch ein bisschen extra motiviert, dass der Chat nicht komplett tot war und dass ich nicht das Gefühl hatte, ich fahre den ganzen Stream an die Wand. Deswegen vielleicht auch. Aber es hat auch in sich ganz gut Spaß gemacht. Und das ist natürlich die Frage, ist League of Legends vielleicht die Zukunft? Werde ich vielleicht League of Legends-Streamer und mache das häufiger und kontinuierlicher? Und ja, ich glaube, die Antwort ist eher nein. Das Problem mit League of Legends ist, also selbst wenn ich mir das angeguckt habe, habe ich glaube ich ein bisschen Potenzial in League jetzt sogar aktuell, dass es größer werden könnte und dass der Stream größer werden könnte und ich habe ja auch relativ viel Spaß an League of Legends und viele Leute spielen in League of Legends. Man hat also immer coole Stream-Kooperationen und Co-Aufdauer auch theoretisch. Es gibt ja viele Vorteile, die das Leben leichter machen, aber ich sehe mich einfach nicht in einem Spiel, wo ich weiß, dass ich nicht top werden kann. Das ist einfach, es fällt mir schwer, meine Zeit und mein Leben in irgendwas zu investieren, wo ich tausend Prozent sicher bin, dass ich nicht top werde. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, Fortnite hast du auch viel gespielt. Ja klar, aber das war ja wirklich nur Lückenfüller eigentlich. Ich habe Fortnite Spaß gehabt und alles, aber war ja zu jedem Zeitpunkt klar, wenn irgendwas Besseres kommt, dann wird das Bessere gespielt. Und ja, mit League of Legends ist es sehr ähnlich. Es war jetzt ein ganz guter Lückenfüller für ein paar Wochen, weil, naja, TFT war so ein bisschen meh am Ende der Season und Battlegrounds gab es ja noch nicht und Underlords haben wir gerade schon drüber geredet und Legends of Runeterra ist noch nicht draußen und Hearthstone ist generell scheiße und überhaupt, ne? Aber es gab ja nichts anderes und da hat sich League of Legends gerade zum Worlds-Hype natürlich angeboten, weil ich dann auch wirklich immer, wenn ich Worlds gucke, Spaß oder Lust drauf kriege, ein bisschen selbst zu spielen. Aber jetzt hat sich das auch wieder erledigt, denke ich. Vielleicht spielen wir noch mal ein paar Ründchen League, vielleicht halten wir das so als kleines Off-Game bereit, was vorher Fortnite war, weil an Fortnite habe ich aktuell überhaupt kein Interesse mehr. Weiß nicht, meine letzten Erfahrungen in Fortnite waren wirklich, dass ich so schlecht bin, dass es nicht mehr klappt. Also die Leute sind einfach so gut geworden, dass es wirklich nicht mehr viel Spaß macht. Da ist es in League anders. Vielleicht halten wir das ein bisschen als Off-Game statt Fortnite offen, aber overall ist das also jetzt nicht wirklich die große Zukunft. So, damit haben wir E-Sport in einer gewissen Hinsicht abgegolten, wir haben Fernsehen abgegolten und wir haben Games abgegolten, zumindest im ersten Etappe. Dann kommen wir natürlich zu den Serien, nicht wahr? Und ich lasse mich noch mal kurz trinken. Gott, immer noch nicht mal eine Stunde um. Fuck my life. Fangen wir an mit Apple TV+. Apple TV Plus ist vor ziemlich genau einer Woche gestartet, glaube ich. Vielleicht in der Woche und ein paar Tage. Und Apple TV Plus ist ein neuer Streaming-Anbieter, also sowas wie Netflix. Und ich habe da relativ lange drauf gewartet. Also erstmal kostet es, man kriegt sieben Tage umsonst und dann kostet es nur 5 Euro. nur in Anführungszeichen. Wenn man die anderen Abos einberechnet, ist es mittlerweile relativ viel, aber naja, ist es mir wert in der Regel für guten Content. Und ja, Apple TV Plus ist natürlich noch sehr klein im Vergleich zu Netflix. Ist jetzt gerade an den Start gegangen und hat die ersten relevanten vier Eigenproduktionen und noch ein paar andere. Das sind dann eher so Dokus und Kinderserien und hast du nicht gesehen. Ja, aber vier relevante sage ich mal Serien kamen zum Start raus. Die sind alle schon in Deutsch gesynkt, also man kann die in Deutsch angucken auch. Und also fangen wir erstmal mit Apple TV Plus an. Ich habe noch nie ein Apple-Gerät gehabt in meinem Leben. Ich bin Samsung-Fanboy und habe alles von Samsung mein ganzes Leben lang eigentlich und bin damit auch sehr zufrieden. Ich hatte noch nie was von Apple. Das heißt, ich hatte auch kein Apple-Account. Und diesen Apple TV Plus so einzurichten, dass ich die Serien gucken kann, hat sich als größte Herausforderung der Menschheitsgeschichte erwiesen. Also vergesst die Entdeckung Amerikas und hast du nicht gesehen, das ist alles klein viel gewesen. Das richtig Schwere ist, ein Apple TV Plus Account so hinzubekommen, dass ich Apple TV Plus auf meinem Fire TV Stick gucken kann. Das hat absurd lange gedauert. Also das ist wirklich eine Farce. Ich höre immer, dass Apple so cool funktioniert und so bedienerfreundlich ist. Also wenn das die Bedienerfreundlichkeit von Apple sein soll, was Apple TV Plus da veranstaltet, ist ja wohl ein fucking Witz. Das fing an mit, ich wollte erst mal einfach nur dieses Abo abschließen. Und dann bin ich auf Apple gegangen, auf Apple TV Plus und habe mir ein Account gemacht. Und dann wollte ich, da wollte ich den Account machen. Aber bei dem Account machen wurde ich schon mal nach einer Kreditkarte gefragt und konnte keine andere Zahlungsmethode eingeben. Ich habe keine Kreditkarte. Ich mache alles über Paypal oder Bankkonto, wie es die meisten in Deutschland wahrscheinlich machen. Und naja, dann kam ich da nicht weiter. Dann bin ich auf eine andere Apple Seite gegangen und habe da mich versucht irgendwie einzudingern und irgendwann habe ich es dann hinbekommen, einen Account hinzukriegen. Und ich so, yay! Weil auf der Fire TV App, also auf der Fire TV Apple TV Plus App, da konnte ich keinen Account machen, da brauchte ich schon einen Account. So, dann habe ich endlich den Account gehabt. Gehe ich wieder an meinen Fernseher, nehme meinen Fire TV Stick in die Hand oder die Fernbedienung und gehe da hin und will mich einloggen. Sagt er mir, geht nicht, der Account ist nicht iTunes freigeschaltet. Dann google ich nach iTunes, wird mir gesagt, iTunes gibt es gar nicht mehr richtig. Dann, keine Ahnung, google ich weiter und versuche irgendwie einfach das Abo online abzuschließen auf der Apple TV Plus Seite am PC. Und guess what? Er will wieder Kreditkarte haben. So, dann ging das weiter und weiter und keine Ahnung, irgendwann habe ich dann iTunes runtergeladen oder irgendwie dieses Apple Scheiß und habe da den Account einmal eingeloggt, weil das angeblich reichen sollte, um den Account freizuschalten. Das hat dann auch geklappt. Dann habe ich mich online wieder eingeloggt auf diese Apple TV Plus Seite. Da kam jetzt endlich keine, das Lustige war, als der Account nicht über diesen iTunes Laden einmal eingeloggt war, vorher, habe ich mich online versucht immer einzuloggen auf Apple TV Plus, aber da kam auch keine Fehlermeldung oder so, sondern einfach, ich durfte mich einfach wieder einloggen und wieder und das hat einfach nicht geklappt. Aber es kam nicht mal eine Fehlermeldung, die mir gesagt hätte, was war. Nur auf dem Fernseher hat sie es mir gesagt. Naja, nachdem ich mich dann einmal eingeloggt habe in diesem Store, in diesem Apple Store oder was auch immer das war, konnte ich dann endlich auf der Webseite einloggen und guess what, ich durfte schon wieder eine Kreditkarte eingeben und konnte nichts anderes nutzen, obwohl ich wusste, dass es auch mit PayPal geht. Und dann ging das weiter und ich habe irgendwie, ich bin so viel rumgeklickt auf verschiedenen Apple Seiten und bis ich irgendwann, irgendwo dieses Abonnement eingeben konnte mit PayPal und da musste ich dann sogar noch dreimal klicken, weil dreimal eine Fehlermeldung kam und ich habe einfach so oft auf diesen Scheiß Button gehauen, dass das irgendwie dann irgendwie doch geklappt hat. Dann funktionierte das, cool, und dann wollte ich gleich testen, ob die Serien dann funktionieren auf Apple TV Plus im Browser, habe eine Sache angeguckt, guess what, er will schon wieder eine Kreditkarte haben, obwohl ich im gleichen Account, mit dem ich eingeloggt bin, bereits das Abo am Laufen habe. Völlig verrückt. Auf dem Fernseher ging es dann aber immerhin. Da konnte ich dann anfangen zu gucken und dann kam das nächste Desaster. Ich weiß, viele von euch gucken gerne alles auf Englisch, ich bin aber ein Freund deutscher Sprache. ich gucke Serien gerne gesynkt, ich habe damit kein Problem, ich störe mich daran auch nicht und bin das gewohnt. Und wenn es nicht wirklich nötig ist, dass ich was auf Englisch gucke, also wie zum Beispiel Sachen, die ich unbedingt sehen will sofort, aber die erst später auf Deutsch rauskommen, zum Beispiel habe ich, glaube ich, Game of Thrones über große Teile auf Englisch geguckt, zwischendrin mal, am Ende war das dann nicht mehr nötig. Und Walking Dead habe ich viel auf Englisch geguckt, weil die deutsche Folge immer einen Tag später kommt, was teilweise zu lange ist. Ja, aber generell gucke ich gerne auf Deutsch, aber da als ich dann Apple TV drin war und die erste Serie angucken wollte, fing die auf Englisch an, obwohl die Einstellung überall auf Deutsch war. Und nach langer, langer Google-Suche habe ich dann herausgefunden, wie ich die Einstellung ändere und zwar, wenn die Serie läuft, nicht vorher, wenn das bereits läuft, dann mit dem Fire TV-Stick nach unten klicken für die Untertitel und Audio-Einstellungen. Das steht nirgends, das ist, keiner teilt dir das mit, du kannst es nicht außerhalb der Serie ändern, also wie bei Netflix vorher, auf Audio und Untertitel klicken, das gibt es nicht. Also es ist wirklich eine Farce. Egal. Die Odyssee hatte ein Ende und ich konnte endlich die Sachen auf Deutsch gucken. Und ja, ich habe mich da ein bisschen drauf gefreut, weil von den vier Startserien wollte ich zwei unbedingt gucken und For All Mankind eventuell und bei Dickinson bin ich noch nicht so ganz sicher, ob ich das gucken will. Aber ja, beide Serien, die ich gucken wollte, das ist einmal The Morning Show und einmal See, die sind mit drei Folgen gestartet, mittlerweile ist schon die vierte da und jetzt kommt halt jede Woche eine Folge, nicht wahr? Das ist so der Start von Apple TV Plus und ja, beide Serien haben meine Erwartungen bisher übertroffen. Ja, ich würde sagen übertroffen. Also, fangen wir an mit The Morning Show. Das war wahrscheinlich die Serie, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Ihr würdet wahrscheinlich denken, ich freue mich am meisten auf See, weil da Jason Momoa dabei ist, das ist Khal Drogo beziehungsweise Aquaman, ihr kennt ihn. Aber bei See war ich so ein bisschen zwiegespalten, da wusste ich gar nicht, ob ich das mögen werde. Bei The Morning Show hatte ich große Hoffnungen, weil The Morning Show von den Trailern und Co. fand ich toll. Also erstmal Jennifer Aniston, Reese Witherspoon und Steve Carroll, alles drei Schauspieler, die ich mag. Naja, Jennifer Aniston mag ich nicht so, aber Reese Witherspoon und Steve Carroll mag ich dafür umso mehr. Das sind, ah, ich liebe beide. Und ja, The Morning Show, ich hatte so die Hoffnungen, dass es ein bisschen ist wie Newsroom. Ihr wisst, ich bin ein riesiger Fan von Newsroom, das ist so eine HBO-Serie, die nach zweieinhalb Staffeln leider beendet wurde. Da ging es um einen Nachrichtensender und um, es ist so ein bisschen wie Suits, also sehr viele Unterhaltungen, teilweise auch aneinander vorbei und einfach auf der Hinsicht den Humor ausübend. Es ist einfach eine tolle Serie gewesen und ich habe gehofft, dass The Morning Show so ein bisschen wie Newsroom ist und naja, es ist nicht wirklich wie Newsroom, aber es ist anders gut. Also es hat schon ein bisschen was von Newsroom, also ein bisschen, aber es hat nicht den gleichen tiefen Humor, nicht die gleichen Dialoge, aber es ist trotzdem unglaublich unterhaltsam und unglaublich gut soweit. The Morning Show geht darum, dass, ja, was geht es? Also es geht um die Morning Show, das ist eine der, ich glaube in der Serie, die größte Morning Show in ganz USA, nicht wahr? Also sowas wie unser Morgenmagazin, nur dass die Morning Shows, glaube ich, in den USA einen viel höheren Stellenwert haben. Und ja, es ist die Morning Show und da gibt es halt zwei Moderatoren, die das schon seit ewig machen, Weekdays, und einer gleich am Anfang, das kann man rückspoilern, der wird halt instant gefeuert, weil da halt, wird halt sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und Co. vorgeworfen, das ist halt Steve Carell und naja, dann brennt halt die Hölle los, ne, weil das ist halt eine der größten Persönlichkeiten in Amerika sozusagen, der dann, jetzt die Lücke muss gefüllt werden und da passieren halt allerlei lustige Dinge und man sieht so hinter den Kulissen, wie die Senderchefs irgendwie versuchen, das zu handhaben und man sieht halt die Producer und hast du nicht gesehen und die, ja, und es gibt halt viele Intrigen und unglaublich unterhaltsam soweit, unglaublich gut gespielt, Reese Witherspoon ist eine absolut tolle Rolle und ja, also die ersten vier Folgen bisher absolut mega, also ist genau mein Ding, da habe ich richtig, richtig Spaß dran und das ist eine ganz, ganz tolle Serie soweit und ich glaube auch nicht, dass die abbauen, wird so bald, die wird eher hochfahren weiter, also ist wirklich eine sehr unterhaltsame Sache, erinnert so ein bisschen an, wie gesagt, Newsroom, ich denke, das ist doch der erste Vergleich und ja, mehr muss ich dazu auch nicht sagen, also wenn ihr Lust habt, Apple TV Plus, Morning Show ist geil. Das zweite, über was wir reden, ist C, auch da habe ich die ersten vier Folgen bisher geschaut und C ist natürlich ein ganz, ganz besonderes Universum, was sie da aufgebaut haben. C ist wie Englisch Sehen, nicht wie Englisch See, also S-E-E und es geht darum, dass vor 200 Jahren oder so, also es ist eine postapokalyptische Welt sozusagen, die gesamte Menschheit auf eine Population von zwei Millionen reduziert wurde wegen irgendeinem Virus und die Überlebenden können nicht mehr sehen, also die sind alle blind und die leben seit 200 Jahren blind da vor sich her und das sorgt natürlich für eine Umgebung, für eine Umwelt, in der sich alles verändert hat, weil wenn jeder blind ist, dann gehen natürlich viele Sachen nicht mehr, also Autofahren ist zum Beispiel kontraproduktiv und natürlich die gesamte Technik, alles ist natürlich basically zusammengebrochen, weil, naja, und jetzt leben wir also in einer Zeit 200 Jahre nach den heutigen Menschen sozusagen, wo alle blind sind und wo alle so ein bisschen ins Mittelalter zurückgefallen sind oder vielleicht sogar noch früher, das heißt, die Leute leben in kleinen Verbänden zusammen, sind wieder sehr gläubig und glauben an alles Mögliche und haben die Gabe des Sehens komplett vergessen, das ist jetzt sozusagen nur noch ein Gerücht und Leute, die sehen können angeblich, das sind Hexen, die werden verbrannt, weil diese Leute ja die Welt in den Untergang geführt haben damals und das ist halt Hexenwerk und, naja, die Sonne ist der Flammengott, der Sachen verbrennt und wenn man sich dann halt überlegt, dieses ganze Szenario, dass alle blind sind und was sie dann alles entwickeln mussten, um zu überleben, ist das sehr, 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 sehr spannend und, naja, die Story geht dann natürlich darum, dass, ja, sag ich mal, also die ersten Leute wieder sehen können oder ein Einzelner wieder sehen kann in dem Fall und das wird dann halt so aufgebaut und der wird halt gejagt, das kommt auch relativ schnell raus, das ist also kein richtiger Spoiler, darum geht es halt hauptsächlich und, ja, Jason Momoa macht eine tolle Rolle als, als, als Monsterblinder, der da irgendwie alles wegschlachtet, es ist unglaublich spannend, die Serie deswegen, weil du dir viele Sachen so nicht überlegst und das fällt dir beim Sehen auch dauernd auf, also beim Sehen der Serie, wo du, ich kann mich an eine, ich kann mich an mehrere Dings erinnern, wo ich denke, da flieht jemand, ne, und ich denke mir, oh mein Gott, die sind so kurz dahinter, die haben keine Chance wegzukommen, ja, aber guess what, das wäre nur der Fall, wenn die sehen können, so ist es nicht so schlimm, das ist sehr, sehr witzig, weil, also die Leute haben natürlich ihren Hörsinn extrem deutlich ausgeprägt, da gibt es dann auch besondere Leute, die extrem gut riechen können und Leute, die extrem gut hören können und es gibt Leute, die sich sozusagen totstellen können, dass sie nicht mehr gehört werden können, das sind so ein paar Features oder so ein paar Skills, die einige Leute dann erlernt haben und die das Ganze spannender machen, aber generell, finden die sich halt sehr gut in ihrer Welt zurecht, aber Sachen, die für uns selbstverständlich sind, gehen natürlich nicht, ne, und dann, naja, Sachen wie, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber, was natürlich hilfreich ist, ist durch Flüsse zu laufen oder so, ne, weil selbst jemand, der dich dann hört durch das Wasser rauschen, kann er dich halt nicht mehr hören und du kannst genau auf der anderen Seite stehen und es wird schwer für denen, dich zu finden und diese Serie ist wirklich smart in der Hinsicht, also es fühlt sich so an wie so eine kleine mittelalte Serie mit Hexenjagden und Co in einem Universum, was Science-Fiction-mäßig so ja irgendwie vorstellbar ist, ne, ich meine, wir haben ja Leute, die blind sind und die müssen sich so in unserer heutigen Welt zurechtfinden und die Frage ist halt, was wäre, wenn jeder blind wäre, wie würde dann die Welt aussehen und die ersten vier Folgen, muss ich sagen, haben das relativ gut unterstrichen, da sind sehr viele gute Einfälle drin, da sind sehr gute Ideen dabei und man denkt immer nach, oh ja, stimmt, das geht ja so gar nicht und noch dazu ist es halt, hat einen ganz guten Spannungsbogen bisher und ist eine ganz gute Story und ein bisschen blutig, ein bisschen brutal und einfach sehr sehenswert soweit, sagen wir es so. Also wirklich eine Empfehlung, C von mir, kann man sich definitiv antun und bisher sehr unterhaltsam für mich. Einfach weil, weil ich halt auch wie gesagt dauernd diese Aha-Momente habe, wo ich, wo ich etwas falsch denke und dann merke, ach fuck, die sind ja alle blind. Wirklich schön. Eine der besten Storys, die kann ich spoilern eventuell, das ist nicht wirklich wichtig, also eine der, die Königin aktuell von so einem Umkreis oder so, was weiß ich, das ist noch nicht richtig erklärt, die lebt in einem Staudamm mit ihrem Volk, in einem alten Staudamm und die letzten Turbinen, die noch laufen und das Ganze am Laufen halten irgendwie, die laufen halt immer noch, das sind sozusagen Göttermaschinen, weil die können das ja nicht nachvollziehen mehr. Und die halten halt das Wasser auf und also in diesem Mindset bewegen wir uns wirklich in absolutem Aberglauben und einfach ein Zurück in die Vergangenheit von, was weiß ich, vor tausend Jahren oder so, nur dass die alle alle noch dazu blind sind. Von daher sehr sehenswert. Und ja, wir haben die erste Stunde um. Nice. Apple TV war es da damit. Über die anderen beiden Serien, die es da aktuell gibt, kann ich nichts sagen. Ich hoffe, da kommt noch mehr auf Dauer. Da gehe ich mal von aus. Und die Production Value ist wirklich extrem hoch. Das abschließend zu sagen, von beiden Serien, die ich bisher geguckt habe, sehr gut anschaubar. Ich würde sagen, höher als der durchschnittliche Netflix-Standard. Das liegt aber daran, dass Netflix mittlerweile so viel rausballert. Also wenn man jetzt nur die besten Netflix-Produktionen nimmt, dann ist es auf dem gleichen Stand. Gehen wir gleich zu Netflix und reden da noch über eine Serie, die ich in letzter Zeit geguckt habe. Eine deutsche Produktion. Wir sind die Welle. Kam vor zwei Wochen raus oder so. Und hat mich extrem erheitert. Es gibt nur sechs Folgen leider. Und ja, wir sind die Welle. Hier geht um ja, um ein bisschen Anarchie. Es geht so ein bisschen um Revolution im Untergrund. Und was man machen kann, um den Kapitalismus zu stürzen, sozusagen, also im weitesten. Oder auch um rechtes Gedankengut zu stürzen. Und hast du nicht gesehen. Das ist auch ein bisschen so Seitenhiebe gegen die AfD dabei. Und ja, einige bekannte Schauspieler, zumindest im deutschen Bereich. Die Hauptdarstellerin ist auch die Hauptdarstellerin aus der Club der Roten Bänder. Wer das noch kennt von euch. Und ja, also ich weiß, es sind nur sechs Folgen, aber ich habe die wirklich ziemlich weggebinged. Das war schon ziemlich unterhaltsam und ein bisschen cringy teilweise, wie es meistens in deutschen Produktionen ist. Einige Sachen ein bisschen komisch, aber overall durchaus eine sehr gelungene Serie. Und ja, ich weiß nicht, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. das ist einfach wirklich, ich dachte ja am Anfang, das soll, sag ich mal, die Welle in Serienform sein. Aber ich bin jetzt, ich habe mich jetzt nicht informiert, aber also mit der Welle, mit dem Film hat das nicht viel zu tun. Also eventuell schon. Es ist ein gleiches Prinzip von der Gruppendynamik in einer gewissen Hinsicht, aber also das Prinzip von der Welle hat das nichts zu tun. Ich weiß auch überhaupt nicht, ob das damit assoziiert ist und sie es einfach umgeschrieben haben oder so, aber die Welle der Film ist ja eher, dass aus einer kleinen Gruppe immer eine größere Bewegung wird. Das ist in dem Film zwar auch so, aber anders. Also auf einer anderen politischen Ebene. Also es hat bestimmt schon was damit zu tun mit dem Film slash Buch oder was auch immer, aber ich glaube, es ist einfach neu interpretiert. Ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, ihr könnt mich, ich habe mich wirklich nicht vorbereitet und die Welle habe ich das letzte Mal vor Ewigkeiten gesehen, aber das ist ja eher so, dass es eher, es zeigt ja eher, wie eine negative Gruppendynamik entsteht, sage ich mal und wie immer Leute dann immer mehr fest in diesen Bann gezogen werden auf mehr oder weniger fast schon Zwang. So ist ja die Welle und hier ist es ja eher eine komplett freiwillige Sache, wo sich eine unglaublich linke Gruppierung zusammentut und versucht, die Welt zu verbessern. Und da wird ja keiner reingezwungen oder sonst irgendwas und da gibt es nicht wirklich krasse Gruppendynamiken, wo irgendwelche Leute gezwungen werden, zumindest ist das nicht so ausgeführt. Von daher, also es ist nicht wirklich, es ist nicht überein mit dem Film. Also wenn ihr sagt, den Film kenne ich, dann muss ich die Serie nicht gucken, das ist schon was anderes. Also in jeder Hinsicht. Und ich weiß überhaupt nicht, ob es überhaupt eine Assoziation miteinander hat. Wahrscheinlich, aber keine Ahnung. So. Eine Stunde und zehn Minuten habe ich geschafft und ich habe noch zwei große Themen, die sehr viel Zeit nehmen sollten und ich habe noch ein paar Notfallthemen. Hahaha. Bestens vorbereiteter König. Hervorragend. Fangen wir an mit dem Ausblick ins neue Jahr. Das Jahr ist bald zu Ende. Schon wieder. Ich weiß nicht, umso älter ich werde, umso schneller gehen die Jahre zu Ende, habe ich das Gefühl. Kennt ihr das? Ich weiß nicht. Wenn ich meine Zeit bedenke, sage ich mal von 14 bis 16, dann hat sich das angefühlt wie ein Leben. Und mittlerweile, weiß nicht, jedes Jahr fliegt so an mir vorbei. Ganz okay. Ich meine, mit meinem Alter ist da eh nichts mehr zu retten. Wen juckt es? Ob 31, 32 oder 100. Das ist kein Unterschied mehr, nicht wahr? Ne, aber Ausblick ins neue Jahr. Anyway, wir sind ja bald wieder da. Fangen wir mit einer Anekdote an. Vor einem Jahr, ziemlich genau, vor einem Jahr, war Artifact eine Woche entfernt. Das ist unfassbar für mich, weil Artifact kommt mir so weit entfernt vor eigentlich. Aber das liegt nur daran, dass es nicht sehr lange gehalten hat und ich es wahrscheinlich auch verdrängen will. Ja, vor einem Monat, genau vor, also vor einem Jahr, in genau einer Woche ist Artifact, ich glaube, es war der 19. November, in diese Closed Beta gestartet und ja, mein Leiden sollte ein Ende haben, eigentlich vor einem Jahr. Aber Artifact kam anders und hat irgendwie meine ganzen Pläne in Trümmern gelegt, alleine. Und ich weiß noch, am Ende des Jahres, letztes Jahr, habe ich dann Atlas gespielt. Egal, darüber reden wir gleich noch. Erstmal die Vorbereitung ins neue Jahr. 2020 steht vor der Tür und ja, auf was können wir uns freuen? Ich meine, ich bin nicht so der Typ, der jetzt wirklich auf große Game-Releases hofft, wie andere Leute, die dann immer sagen, oh, da kommt das nächste GTA, da kommt das nächste Red Dead Redemption und da kommt das nächste Witcher und hast du nicht gesehen? Ich kenne mich damit ja gar nicht aus. Ich spiele ja so große Releases gar nicht. Ich bin ja eher der Kart-Game- und Automattler-Typ jetzt mittlerweile. Und ich, und diese Spieler haben die Eigenschaft, dass sie teilweise aus dem Nichts kommen. Dass man das nicht wirklich plant. Ich meine, Artifact war eins der wenigen Kart-Games, was länger geplant war und das komplett gescheitert. Die meisten Games sind ja gar nicht geplant. Die kommen raus. Also an dem Punkt, wo du davon erfährst, ist am nächsten Tag die Beta da in der Regel. Und ja, aber was steht jetzt an? Also was wissen wir? Da wird bestimmt noch viel anderes dazukommen. Was wissen wir? 2020, Anfang 2020 wird Legends of Hunterra in die Beta richtig rausgehen und dann mit Ranked System, Draft und Co. an den Start gehen und dann auch nicht mehr offline gehen. Wie ihr wisst, war ich bei Riot in Dublin Anfang Oktober eingeladen, habe Legends of Hunterra angespielt. Dann, nach der 10th Year Anniversary von Riot, durften es alle 5 Tage anspielen. Jetzt dürfen wir es nochmal 5 Tage anspielen und danach wird es dann Anfang des Jahres richtig live gehen. Und Legends of Hunterra, das neue Kart-Game von Riot, hat natürlich schon viel Potenzial. sehr viel Potenzial. Ich halte viel von Riot. Ich denke, es ist eine tolle Firma, auch weil ich es live gesehen habe. Es sind gute Menschen in der Hinsicht, dass sie wissen, was sie tun. Und ich glaube, sie stehen auch wirklich hinter ihren Produkten. Und alles, was ich bisher von Riot mitbekommen habe, ist besser als von anderen Spielefirmen. Nicht wahr? Riot geht auch gezielt auf die Content-Creator zu und fragt nach Feedback und Co. Das ist alles Zeug. Ich meine, Riot ist in meinen Channel gegangen und hat 50 Subs gegiftet. What the fuck? Also, ich meine, so kauft man sich meine Zuneigung. Nein, Scherz. Aber, es wirft halt alles ein gutes Licht auf sie. Und, ja, ich bin schon immer ein großer Freund von League of Legends und denke, sie machen da seit 9, 10 Jahren mittlerweile, also 9 bis 10 Jahren, jetzt einen guten Job. Und, mit TFT haben sie, denke ich, auch einen akzeptablen Job gemacht. Nicht alles Gold was glänzt, aber ist okay. Und Legends of Runeterra sieht halt einfach ultra gut aus. Also, es ist, es ist basically das Card Game, es ist das Hearthstone, was ich immer haben wollte wahrscheinlich. Es hat viel ANG in einer gewissen Hinsicht, aber es hat trotzdem mehr eigenen Impact auf das Spielgeschehen. Es sieht besser aus, es ist cool, es ist fairer vom Geschäftsmodell, es ist einfach, wie gesagt, also einfach, man könnte es auch Hearthstone 2.0 nennen und es ist einfach modern und gut und ich halte viel von Legends of Runeterra. Auf der negativen Seite muss ich sagen, dass mich Card Games in letzter Zeit nicht mehr so krass catchen, seit die Autobattler draußen sind und dementsprechend kann ich nicht wirklich sagen, ob das wirklich eine Sache ist, wo ich sage, okay, Legends of Runeterra spielen wir drei Jahre als neues Main Game oder noch länger oder zwei Jahre oder was auch immer oder ob ich nach zwei Tagen keinen Bock mehr habe oder nach einer Woche. Ich kann es einfach nicht sagen, einfach weil Card Games halt nicht mehr so meins sind aktuell, das muss ich einfach sagen und ja, dementsprechend ist Legends of Runeterra definitiv wahrscheinlich ein großer Inhalt vom Jahre 2020 für unseren Stream und ich hoffe auch, dass sie eine Draft Ladder haben, das wäre halt wirklich eine wichtige Sache für mich, weil nur normale Ladder spielen ist ein bisschen doof. Ich hoffe, dass sie im Draft eine ganz normale Ladder haben, die es Magic und Co. auch hat, davon gehe ich auch aus und dann kann Legends of Runeterra denke ich, was Großes werden und das hoffe ich und kann viel Zeit einnehmen. Ansonsten haben wir natürlich für 2020 TFT im Auge mit Z2 und dann wahrscheinlich innerhalb des Jahres noch Z3 und Z4. Da werden auch große Turniere und Co. kommen wahrscheinlich. Ob ich da mitmache oder nicht, ist eine andere Frage, aber ich denke, TFT wird 2020 definitiv nicht sterben oder schlafen, sondern ich glaube, die haben da große Pläne mit haben wir jetzt ja auch wieder gesehen mit dem großen Turnier für Set 2. Da haben sie ja wieder 150.000 oder so in die Hand genommen. Also Riot ist da schon hinterher, TFT auch eSport-technisch nach vorne zu bringen und ich bin immer noch der Überzeugung, dass wenn ich wirklich wieder richtig spiele, dass ich einer der besten TFT-Spieler der Welt sein kann. Von daher mal gucken, was da so kommt. Dann haben wir natürlich Battlegrounds auf der Liste. Also ich meine, als die BlizzCon-Ankündigung kam, war ich nicht so überzeugt, aber jetzt, wo ich es gespielt habe, sehe ich viel Potenzial und wie anfangs erwähnt, kommt es eigentlich nur darauf an, was Blizzard damit macht, ob sie es hinbekommen, ob sie es richtig machen oder ob sie es zu absoluten Clown Feaster verkommen lassen, wie so oft. Das ist also an Blizzard. Naja, und dann habe ich immer noch Bazaar im Hintergrund. Also Bazaar von Reinhard, der arbeitet da mittlerweile so lange dran. Ich denke, 2020 sollte Bazaar endlich rausgehen. Hoffe ich zumindest. Ein Card Game, auch ohne eigene Decks, glaube ich, wo man im Spiel immer sozusagen sich alles zusammenbaut. Ich mag Reinhard. Ich mag Reinhards Einschätzungen zu spielen und hoffe einfach, dass er da was Gutes hinbaut. Und das ist natürlich ein kleines Indie-Game vergleichsweise, aber heißt ja nichts. Kann ja trotzdem was Gutes sein, wo ich Spaß dran habe. Da warte ich also auch ein bisschen drauf. Ansonsten haben wir 2020 wahrscheinlich Cuphead 2. Ich glaube, oder Cuphead Expansion kommt auf jeden Fall, glaube ich. Das ist natürlich nur eine Sache für so 10, 20, 30 Stunden, aber ist ja trotzdem erwähnenswert. WoW-Add-On könnte man reingucken am Ende des Jahres. Muss ich mir überlegen. Je nachdem, wie gerade die Szenerie aussieht. Also was ich zu spielen habe, was eben da ist. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und ja, ansonsten habe ich nicht viel. Also es ist halt, ich suche halt wieder ein richtiges Main-Game eigentlich oder meinetwegen auch zwei heutzutage, wo ich hin und her switche ein bisschen. Und wenn es eventuell Legends of Hunterra zusammen mit TFT und ein bisschen Battlegrounds wird, habe ich nichts dagegen. Also das wäre für mich ganz gut, wenn alle Spiele sich gut entwickeln und ich ansatzweise Spaß dran habe. Und da auf mehreren Competitive Hochzeiten tanze, habe ich nichts dagegen. Und ja, ansonsten große Pläne für 2020 haben wir. Ich meine, die letzten Jahre oder die letzten Monate und Jahre ist ja alles ein bisschen runtergefahren. Ich bin ja eher wieder Streamer. So nebenbei ist ja nicht mehr so viel. Klar, wir machen mit Wombis mal was oder so die Expedition ins Tadeldorf oder der Wombard-Wahlkampf. Klar, sowas passiert mal, aber im Generell geht es ja wirklich um die Streams selbst und dafür brauche ich halt gute Spiele. und dafür sieht 2020 auf jeden Fall besser aus als jedes andere Jahr, was ich je gesehen habe, seit ich streame. Weil eigentlich hatten wir immer nur, okay, ein weiteres Jahr Halfstone oder, oh man, wir haben kein Spiel oder, oh yes, Artifact. Das sind sozusagen die drei Etappen der Vergangenheit gewesen. Und jetzt so viele Spiele zu haben, die wir nächstes Jahr theoretisch spielen könnten und die theoretisch richtig geil sind, hört sich natürlich ziemlich gut an. Von daher, Legends of Hunterra, TFT, Battlegrounds und eventuell Bazaar. Ich bin gespannt und, naja, nebenbei dann halt so Sachen wie Fortnite, League of Legends und Co. Mittlerweile bin ich ja wirklich eher Variety-Streamer, der wirklich viele verschiedene Sachen macht. Und eine Sache, eventuell noch, die eventuell auch 2020 kommt, die wir nicht vergessen sollten, sind natürlich die Watch-Partys. Die Watch-Partys werden aktuell in den USA getestet auf Twitch. Da kann man als Streamer eine Serie auf Amazon Instant Video gucken, also auf Prime sozusagen, ne? und alle Viewer, die Prime haben, können mitgucken. Und das ist eine Sache, die ich mir schon sehr lange, also, weiß nicht, also, wenn ich so sehr, sehr erregte Träume habe, das wäre ungefähr der Outcome, nicht wahr? Wenn das sich durchsetzt und nach Deutschland in Time kommt, dann könnt ihr aber darauf wetten, dass wir wirklich jedes Wochenende eine View-Party machen. also, ich meine, das hilft das Ganze halt auf ein neues Level, ne? Ich meine, ich spiele mein ganzes Leben lang und ich gucke den ganz, und streamen tue ich jetzt seit sechs Jahren und, ähm, mein ganzes Leben lang, basically, gucke ich auch sehr viele Serien und Filme und wenn ich das halt auch noch in den Stream einbetten kann, also, das wird nicht alles, was ich gucke, aber man kann dann halt eine Abstimmung machen und sagen, von dem, was zur Verfügung steht, hey, was machen wir jetzt? Wir gucken, weiß nicht, jeden Freitag und Sonntagabend gucken wir Jack Ryan zum Beispiel, ne? Oder wollt ihr lieber, was weiß ich, irgendwas sehen? Und dann guckt man das halt zusammen und, ich meine, das hört sich für mich einfach legendär geil an, ne? So ein bisschen wie, wie Carsten, ich, ich werde da auch gar nicht so viel reinreden, lustigerweise, man guckt das einfach und, äh, hat den Chat nebenbei an, das Ganze wird wahrscheinlich im Sub-Mode gemacht, damit wir keine Angst vor Spoilern haben müssen, das ist natürlich wichtig, und alle, die Prime oder Amazon Prime haben, können dann halt mitgucken und die, die nicht Prime haben, naja, die haben halt Pech, kann ich auch nichts gegen tun, ähm, die können es ja nachholen und gucken, aber ich glaube, das könnte wirklich was Großes werden für 2020, ich hoffe, das kommt bald nach Deutschland, ich kann nicht warten, das anzufangen eigentlich und ich glaube, da können wir wirklich richtig, richtig viel Spaß miteinander haben und dann kann man das halt, also wie ich es mir vorstelle, ist dann halt, ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass wir wirklich Binge-watchen können, habe ich auch kein Problem mit, dann setzen wir uns einen Sonntag hin und sagen, okay, wir gucken die gesamte neue Staffel von Lucifer durch, I don't fucking care, okay, Lucifer hat manchmal so viele Folgen, das wird schwer, aber von irgendwas anderem, oder wir können sagen, wir machen irgendeine Serie, eine andere, die nicht ganz so krass ist, jeden Freitagabend gucken wir eine Folge, nicht wahr, und danach reden wir ein bisschen über die Folge, hört sich einfach geil an, also keine Ahnung, die Möglichkeiten sind unerschöpflich und ich habe richtig Bock drauf und hoffe, dass es bald nach Deutschland kommt. Das ist also auch noch für 2020, ein bisschen weniger game-related, aber eventuell auch die Zukunft, weiß nicht, sowas wie Legend, Fortnite, World Cup, Carsten hat mir ja sehr viel Spaß gemacht, jetzt auch noch Serien zusammen anzugucken, ist geil und ja, ich meine, wir haben ja auch schon auf Amazon First Day Night Football, gibt es ja auch schon, ich weiß gar nicht, ob ich das mitcasten dürfte, ob ich das restreamen dürfte, aber da könnte man halt auch, also so Sachen kommen auch immer mehr, ich denke, die Zukunft sieht wirklich relativ bright aus, in der Hinsicht, wo man wirklich, ja, wo neue Möglichkeiten kommen, für die Streamer und für die Communities miteinander zu interagieren, ob es, im Idealfall, in irgendeiner Zukunftswelt, kann man halt Sportereignisse zusammen angucken und Serien und Filme und E-Sports und alles, ne, aber, sind wir noch ein bisschen von entfernt, aber wir kommen der ganzen Sache immerhin näher, also, die letzten ein, zwei Jahre Entwicklung sehen ja nicht so schlecht aus und die Watchpartys sind auf jeden Fall ziemlich cool, ihr könnt auch mal nachgoogeln, da seht ihr so eine Liste, was in Amerika aktuell anguckbar ist, da sind so unter anderem Sachen dabei wie Jack Ryan, also, da könnte man wirklich die neue Staffel Jack Ryan halt zusammen angucken, man könnte natürlich auch Sachen aus der Vergangenheit rewatchen, ne, und sagen, also, wenn sie angeboten sind und sagen, keine Ahnung, gucken wir halt komplett Big Bang Theory alle 13 Staffeln durch, warum denn nicht, haben wir sonst nichts vor, ja, gucken wir mal, wie es sich entwickelt, so, eine Stunde 24 Minuten, mein letztes Thema kommt und das ist, ähm, ein bisschen Real Talk, ähm, zu Twitch, ähm, ich hatte sowas ähnliches schon mit Steve im Podcast gemacht, wer den geguckt hat, hat natürlich Pech, ähm, ich nehme das nochmal auseinander und, ähm, möchte einfach mal, ich meine, das sind jetzt bald 5 Jahre, die ich auf Deutsch streame, also, 5 Jahre, wo die meisten oder viele von euch mich jetzt kennen, ähm, angefangen im Dezember 2014 mit Halfstone auf Deutsch, vorher war ich ja eine Zeit lang weg und dann vor englischer Streamer, und, ja, Twitch hat sich verändert, also, alles hat sich verändert, um Gottes Willen, die Welt verändert sich so schnell, ich fühle mich echt alt teilweise, aber Twitch hat sich schon verändert im Vergleich zu vor 5 Jahren, zu heute, und, ähm, ich meine, alleine die pure Anzahl an Streamern, die es heute gibt, da kann man schon fast happy und ein bisschen stolz sein, dass man immer noch ansatzweise relevant ist oder wieder relevant, ich wollte einfach mal die 5 Jahre durchgehen, ähm, was wir so gemacht haben und, ähm, ja, wie oft es irgendwie nah am Ende war, es war keine leichte Reise, um hier heute anzukommen und die Reise ist auch noch nicht zu Ende und ist immer noch nicht so ganz leicht, aber, ja, es sind jetzt 5 Jahre und, angefangen im Dezember 2014 habe ich wieder mit dem Stream All of Deutsch, weil ich eigentlich eine Webseite vermarkten wollte und zwar meine Webseite, meine Fanseite halfstone-news.de wollte eine Halfstone-Fanseite eröffnen, ich meine, daher komme ich ja, das habe ich ja damals für Form Arama und Aon und Co. gemacht und ich wollte eigentlich eine Community-Seite aufbauen, ähm, so nebenberuflich und, ähm, dachte, hey, mit dem Stream kann ich das bestimmt gut bewerben und ich hatte ja einen Partner-Account immer noch, auch wenn ich seitdem, an dem Punkt ein paar Monate nicht gestreamt hatte und eigentlich auch noch nie so richtig Community-Streamer war, sondern eigentlich reiner Gameplay-Streamer mit, ich weiß nicht, ich hatte vorher vielleicht 30 Subs oder so im Peak und da war Twitch ja auch noch nicht so groß, ähm, ich meine, es hat gereicht, dass ich Partner wurde mit 500 Viewer Average, aber es war anders, also es war nicht, meine englische Zeit war nicht so wie die deutsche Zeit, meine englische Zeit war, ich weiß nicht, viele Zuschauer, aber wenig Chat-Aktivität, eigentlich keine Donations, eigentlich keine Subs, nichts, das kannte ich alles nicht und das war natürlich 2013, wo ich hauptsächlich gestreamt hatte vorher, auch noch alles ein bisschen anders, da waren Subs halt nicht Gang und Gäbe, sondern was Besonderes und ich komme mir gerade vor, wie Großvater, der Geschichten vom Krieg erzählt, wird super, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe dann 2014 angefangen, Ende Dezember 2014, ich glaube, es war der 1. oder 2. Dezember, ähm, neben, währenddessen habe ich ja bei Laser, äh, nee, nicht bei Lasertag, sondern im Callcenter noch gearbeitet und habe da wieder angefangen zu streamen, oder war ich da schon bei Lasertag? Äh, doch, der war schon bei Lasertag, denke ich, als ich angefangen habe wieder zu streamen, weil ich da wieder einen besseren Arbeitsrhythmus hatte und wieder streamen konnte und nebenbei ein paar Sachen aufbauen wollte. Naja, und relativ schnell hat sich dann ergeben, dass die Hearthstone-Webseite, wo ich Artikel und Co. schreibe, vielleicht die Vergangenheit eher ist und das Streamen eher das Ding ist, weil es ist relativ schnell eskaliert. Ich war sehr, sehr schnell einer der größten deutschen Streamer und, naja, ein, zwei Monate später war ich der größte deutsche Streamer, äh, also deutschsprachige Streamer für Hearthstone. Ähm, Pony hat da auch rumgevorbergt, der hat da auch angefangen zu dem Zeitpunkt ungefähr, aber der hat ja Englisch gestreamt eher und, ähm, ja, da hat sich alles schnell entwickelt und ich hatte sehr schnell so eine, so eine kleine Core-Base an Zuschauern, ähm, also wirklich auch eine Community, die sich da aufgebaut hat. Ich meine, damals gab es noch nicht mal Discord oder ich kannte Discord zumindest noch nicht. Alles war immer nur über den Chat und über private Nachrichten und Co. Und wenn der Stream aus war, war der Stream halt auch aus. ne, also Twitter war auch noch nicht so groß, also Twitter war schon groß in Amerika, aber in Deutschland noch nicht so richtig und ich hatte da damals, glaube ich, ich hatte schon einen Twitter-Account seit 2011, aber Twitter war nicht so wirklich auf der Tagesordnung. Man kann wirklich damals sagen, wenn der Stream aus war, war mein Job fertig. gab kein Discord, ähm, TeamSpeak hatten wir dann irgendwann mal eingerichtet ein Jahr später oder so, aber das war auch nichts wirklich, äh, weltbewegendes und, naja, trotzdem hat sich, äh, relativ schnell eine kleine Kern-Community gebildet, sag ich mal, und, war natürlich cool, weil, ähm, ich weiß nicht, es war halt, die Leute haben ja dann gesubbt und, es war halt alles noch so neu und jeder einzelne Sub war irgendwie so, so ultra-celebrating und hier dann halt vielleicht auch mal, um das Ganze ein bisschen in Relation zu setzen, ähm, ich weiß halt, dass ich heutzutage teilweise Resubs und Co., oder fast immer eigentlich, einfach nur noch so hinnehme, ne, ähm, also, dass ich die, ich weiß, einige Streamer sagen immer noch, auch heute, aber ich bin halt einfach nicht der Typ dafür, glaube ich, ähm, bei jedem Sub dann irgendwie so, so ultra-celebrating, weißt du, oh mein Gott, vielen Dank für deinen Sub, ich, ich kann das einfach nicht, weil, ihr müsst euch vorstellen, es ist nicht, dass ich undankbar bin, es ist wirklich nicht, ich bin da schon dankbar, aber, es ist so, ach, wie soll ich sagen, es ist so, es ist halt Alltag, ne, ich meine, wenn ich streame einen Tag, dann kann ich davon ausgehen, dass 30 bis 40 Resubs, Subgifts, whatever, geshared werden, und das mache ich seit 5 Jahren, und, mit Amazon Prime wurde es nochmal ein bisschen mehr, aber vorher war es auch schon relativ viel, und, das ist nicht eine fehlende Appreciation, sondern, es ist eher so, ich meine, ich würde gerne einen Encounter haben, wie oft ich in meinem Leben danke für den Resub gesagt habe, vielen Dank, willkommen zurück, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile im weit fünfstelligen Bereich, das ist, das ist halt wirklich, es ist einfach, ich kann, ich spiele nichts, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch, und es ist halt einfach normal für mich, es ist einfach Alltag, es ist wie, stellt euch vor, ihr eröffnet einen, einen, einen Laden, und ihr verkauft Eis, und eure allerersten Kunden, ihr werdet total happy sein, dass irgendwer in euren scheiß Laden kommt, und Eis kauft, ne, aber, nach fünf Jahren, werdet ihr nicht mehr happy sein, sondern seid vielleicht teilweise sogar abgefuckt, weil ihr gerade irgendwie, weiß nicht, auf eurem Handy rumsimst, und, 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 es nervt euch, dass da gerade wer einen Eis bestellen will, so könnt ihr euch das vorstellen, und, es ist nicht böse gemeint, wenn ich dann teilweise, nicht ganz so euphorisch Danke sage, und Co., es ist einfach nur, ich appreciate das, und ich weiß, dass das, eigentlich was Besonderes ist, dass jemand von euch da, fünf Dollar irgendwie, in meinen Rachen schmeißt, aber, es ist einfach schwer, das im Alltag zu appreciaten, weil jeder Tag der gleiche ist für mich, ich streame meine acht, oder meine sechs, bis zehn Stunden in der Regel, nicht wahr, und, ähm, es ist einfach nicht so einfach, dann, wirklich, das so zu appreciaten, wie es eventuell sich gehört, aber sei es drum, ähm, das nur kurz als Ausflug, naja, und es kamen immer mehr Subs und Co., und, ja, irgendwann kam dann das Merchandise, und wir haben eigentlich nur Hearthstone gespielt, also wirklich, ne, also im ersten Jahr, sag ich mal, komplett 2015, eigentlich nur Hearthstone, ich glaube, da waren ganz wenige Ausflüge in andere Spiele dabei, und wenn, dann sind die Viewerzahlen so eingebrochen, dass, wirklich, also, ich kann mich erinnern, dass ich mal mit Hardy Counter-Strike gespielt habe, irgendwann 2015 war das bestimmt, und ich, äh, unter 50 Viewer hatte, also, ne, war alles nicht, äh, ganz so einfach, und, ähm, naja, 2015 hatte ich dann richtig Spaß an Hearthstone eigentlich, und hab eigentlich auch das ganze Jahr durchgespielt, mit ganz kleinen Ausnahmen, allerdings war ich da ja noch kein Vollzeit-Streamer, ich hab ja nebenbei gearbeitet, und hatte auch gerne mal ein, zwei, oder auch drei Wochen Auszeit, wo ich gar nicht gestreamt habe, ähm, das hatte ich mehrmals, das wissen Leute wie Nike und Co. noch, dass ich wirklich einfach mal, teilweise fast einen Monat einfach weg war, ähm, das war 2015, naja, und 2016 hat sich das dann alles ein bisschen professionalisiert, wo ich dann immer, äh, konstanter wurde, und dann ja auch irgendwann, ähm, den Vollzeit-Weg gegangen bin, äh, Ende 2016 dürfte das gewesen sein, glaube ich, und, ja, dann wurde natürlich alles stabil, und es kamen keine großen Pausen mehr, natürlich mal einen Tag hier und da, aber generell stream ich ja deutlich über, dem Average eines Vollzeit-Streamers, ja, und 2016, ähm, war dann eigentlich auch noch komplett Hearthstone, ähm, also, wirklich 2014, der ist Ende, dann 15, 16, eigentlich war es alles nur Hearthstone, da kamen mal Sachen raus, ich kriege das jetzt nicht mehr ganz genau hin, was, wann war, irgendwann kam mal Dead by Daylight und Pokémon Go und Co., ähm, aber das war eigentlich alles immer noch relativ große Hearthstone-Zeit. Der erste große Bruch mit Hearthstone kam dann 2017, und, ähm, das war PUBG, ähm, wo ich extrem viel Spaß an PUBG hatte, als es rauskam, und einfach gar kein Spaß mehr an Hearthstone, das war das Hauptproblem. Natürlich kamen zwischendrin mal so Sachen wie Quent und Co. auch dann, ne, das war auch ungefähr die gleiche Zeit, denke ich, aber dann kam halt immer mehr. Ja, also 2017 war es halt PUBG und, ähm, 2018 dann Fortnite und, naja, und dann wurde es halt immer mehr von diesem Hearthstone-Only-Streamer zum Variety-Streamer, aber das war natürlich ein harter Weg, ne, weil wenn du mit diesen knapp 1000 Viewern oder 700, 800 Viewern Average wahrscheinlich von Hearthstone weggehst und dann auf einmal 120, 130 Viewer in PUBG siehst, das ist schon, das ist mental sehr belastend, ähm, gewesen. Nicht, weil, ähm, es ist ein bisschen schwer zu erklären, ne, ich hasse diese Leute, die dauernd nur auf ihre Viewer gucken, und ihr wisst, ich bin so jemand auch nicht. Nur, es ist halt trotzdem eine mental sehr anstrengende Sache, ne, weil du bist ja, es geht nicht mal darum, dass, dieser View-Account interessiert mich, glaube ich, gar nicht so wirklich. Mich interessiert halt, sind die Leute, die ich schätze in einer gewissen Hinsicht da oder nicht. Und man fühlt sich halt teilweise verraten und verkauft. Auch wenn das natürlich nicht, ähm, nicht objektiv richtig ist, ne, es ist dann natürlich eine subjektive Sache, die man so wahrnimmt, aber, ähm, ich meine, ich schulde euch nichts und ihr schuldet mir nichts. Das ist mir, also, wenn ich es ganz objektiv betrachte, völlig bewusst, ne, nur, wenn man halt Leute hat, mit denen man irgendwie, für die man zwei Jahre gestreamt hat und die jeden Tag, den ganzen Tag im Chat rumhängen und chatten und chatten und chatten und, ähm, wo man wirklich denkt, man hat eine Bindung zu denen und das sind Leute, die werden für immer diesen Stream gucken und man, man, man ist irgendwie eine Woche PUBG spielen und sieht die nie wieder. Das ist, ähm, ja, das tut weh. Also, das tut wirklich weh teilweise, ne. Und, ähm, dieses härtere Fell, dementsprechend muss man sich da halt wirklich fast aneignen auf Dauer, ne. Also, ich meine, als Streamer, man, man, das wird halt auch immer gesagt, aber es ist halt so leicht gesagt von einigen Leuten. Ich meine, overall sind das ja alles menschliche Interaktionen, ne. Also, ich streame, ihr guckt zu und ihr redet mit mir und, naja, beim ersten Mal ist es mir egal, was ihr schreibt und beim, nach drei Jahren ist es dann halt eventuell, wow, ne, das ist die zehntausendste Nachricht von XY. Und man hat dann halt schon eine Bindung aufgebaut. Man hat mal im Discord geredet, vielleicht hat man mal irgendein Game kurz zusammengezockt und wenn die Leute dann einfach weg sind, vielleicht hat man ein Discord-Gespräch privat geführt, was ich mit vielen Leuten schon gemacht habe, ne. Und wenn diese Leute dann weg sind, dann, dann, dann denkt man sich halt, oder, oder, man fängt an, sich seinen Teil zu denken. Bin ich schlechter geworden oder, äh, habe ich irgendwas falsch gemacht und ganz früher kann ich mich erinnern, dass ich Leuten hinterhergerannt bin. Wenn ich, äh, jemanden einen Monat nicht gesehen habe, habe ich mir eine Twitch-Nachricht, damals, als es noch das Matches-System gab, ähm, geschrieben und gefragt habe, ob alles okay ist bei ihm und, äh, ob ich irgendeinen Scheiße gebaut habe oder so. Also es ist mental schon anstrengend und runterziehend gewesen. Und, wenn man halt guckt, also ich weiß nicht, es gibt bestimmt Streamer, an denen geht das vorbei und die, die interessiert das nicht und die merken das vielleicht gar nicht. Ich war immer jemand, der merkt das. Ähm, und der, 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 der bindet sich so an einige Zuschauer und wenn die weg sind, ähm, dann, dann macht er sich Gedanken. Das habe ich zumindest lange getan. Heute ist es immer noch nicht so einfach, aber, ähm, leichter als früher. Also ich meine, das ist halt die Erfahrung, ne? Man geht halt damit um. Wenn ich gucke, wir haben so mehrere Etappen an Zuschauern verschiedener Generationen und, ähm, das sind halt nur noch die Überlebenden davon. Das sind nicht mehr so viele. Ähm, ich meine, wenn ich damals denke, eins meiner ersten Mod-Teams, äh, dürfte das gewesen sein, bestehend aus Nike, Trieros, ähm, Berkarana, Queencore, ihr seht, ich kenne die Namen immer noch alle, ne? Auch, obwohl ich die teilweise schon ewig nicht mehr gesehen habe. Also bei Nike und Trieros ist klar, aber Berkarana, Queencore, Zirun, noch irgendein anderer Queen-Typ, dessen Namen ich vergessen habe, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Und, ähm, naja, sind halt alle weg, ne? Ähm, sind alle dann. Also, nicht alle, Nike ist noch manchmal da und Trieros, oh, habe ich auch schon seit zwei Monaten, glaube ich, nicht mehr gesehen. Ist jetzt wieder eine Zeit lang weniger da, aber kommt immer mal, bei Trieros ist es was anderes, den kenne ich ja jetzt schon sehr lange und bei dem weiß ich's. Aber, zum Beispiel jemand wie Berkarana, wahrscheinlich damals, 2015, mein bester Mod, mein aktivster Mod, eigentlich immer da. Ähm, irgendwann war er einfach weg. Das ist wirklich krass. Ich meine, diese Person hat bestimmt 500 oder 1000 Stunden mir zugeguckt. Ähm, oder länger. Vielleicht waren es 3000 Stunden und war fast jeden Stream da und war aktivster Chatter und war super nett und happy und hat immer supported. Und, irgendwann ist er einfach weg. Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach, und das sind ja nicht nur die, jetzt ist so eine ganz große Annahme. Queen-Call genau das Gleiche, der war nicht ganz so aktiv, war aber im gleichen Freundeskreis mit Berkarana, die haben dann zusammen mit Sirun immer League gespielt, so Sachen weiß ich, nicht wahr? Und, ähm, irgendwann waren sie alle weg, mehr oder weniger. Und, dann kommen einzelne Leute irgendwann wieder, eineinhalb Jahre später, nachdem du sie wirklich vom einen auf den anderen Tag mehr oder weniger verloren hast, sie sind einfach weg und eineinhalb Jahre kommen sie wieder als Non-Sub und schreiben in den Chat, ach, hier hat sich ja einiges verändert und du denkst dir so innerlich, wow, hier war das offenbar gar nichts wert. Also, wisst ihr, es ist halt eine Sache, mit der muss man lernen, umzugehen, weil, ich meine, für viele Viewer ist es halt nur ein Stream von vielen offenbar, aber du als Streamer hast natürlich sehr viele Viewer, aber die, die, die herausstechen, an die bindest du dich halt ein bisschen und wenn die einfach weg sind irgendwann, dann, dann nimmst du das halt fast schon als persönlichen Angriff. Und teilweise ist es nicht deine Schuld, und teilweise ist es deine Schuld, aber manchmal ist es halt einfach, zum Beispiel bei unserem Devil Cloud, Devil Cloud war sehr lange mein aktivster und bester Mod, würde ich sagen, das ist ja noch nicht so lange her, naja, aber jetzt, wo er einen neuen Job hat und hat er nicht mehr viel Zeit, ist nicht mehr, eigentlich gar nicht mehr da und damit kann ich aber zum Beispiel relativ gut leben, weil ich es halt weiß, ich weiß, er hat einen neuen Job, er arbeitet den ganzen Tag und hat viel zu tun und da geht halt nicht mehr so viel, das ist cool, aber er hat es mir halt auch gesagt, dann ist es halt nicht so schlimm, weil dann weiß ich, ja klar, Lebensumstände ändern sich und mein Stream ist nicht der Mittelpunkt der Welt, sondern vielleicht ist er der Mittelpunkt der Welt für einige Leute, aber halt nur temporär und das ist ja auch absolut okay, so nur wehtut es halt, wenn Leute, die du gut kennst oder wo du denkst, wo du denkst, dass da irgendwas ist, dass die sich nicht mal verabschieden und sagen, was los ist, sondern die einfach weg sind und das ist jetzt, das hört sich halt so mir, mir, mir an, aber es hat mich wirklich beschäftigt, also wirklich, weil es sind, es sind halt keine Einzelfälle und natürlich habe ich auch noch sehr viele Leute, aber es sind halt absurd viele Leute weg, also ich könnte wahrscheinlich aus dem Kopf raus einfach 100 Leute aufzählen, die, von denen ich ursprünglich nicht gedacht hätte, dass sie jemals abhauen, die einfach weg sind und wirklich alle ohne ein Wort, ganz groß fällt mir da zum Beispiel Straut hier ein, ist noch gar nicht so lange her, ungefähr eineinhalb, zwei Jahre glaube ich, der Straut hier war immer ein toller Viewer, war Langzeit-Sub, war ein sehr angenehmer Chatter, hat aber nicht viel gechattet, deswegen war er so angenehm, also wenn was war, dann hat er halt geschrieben, er hat immer Hallo gesagt, wenn er kam und irgendwann vom einen auf den anderen Tag war er weg, ich weiß, dass er noch in meinem Discord ist, als Non-Sub, aber er war einfach weg, vom einen auf den anderen Tag, er kam nie wieder, ist einfach weg, ähnlich ist das mit Salpe passiert, wobei es da eher ein absteigender Ast war, Salpe war ja auch temporär Mod, mit Salpe habe ich auch mal privat geschrieben, und naja, Salpe hat eine Bombard-Grafik, Salpe ist eine Karte, war Mod und sehr aktiv und ein sehr erwachsener Mensch, den ich sehr geschätzt habe in meinem Chat eigentlich, aber ja, wurde ein bisschen weniger und irgendwann weg, einfach weg, musste ihn dann entmodden und keine Ahnung, habe nie wieder mit ihm geredet, aber das sind halt, das hört sich jetzt wie Einzelfälle an, aber das ist halt wirklich eine sehr große Anzahl an Personen, auf der Gegenseite stehen halt auch Leute, die seit 5 Jahren Sub sind, klar, oder die seit 4 Jahren rumlurken und die ich nicht mal kenne, aber das ist diese mentale Sache beim Streamen, denke ich, die viele Leute unterschätzen, oder die man vielleicht einfach anders handeln muss auch, aber ich habe halt mit anderen Streamern geredet, die ähnliche Probleme haben und die das ähnlich empfinden und das ist einfach, es ist ein ganz seltsames Gefühl, weil, also ich meine, du, für dich ist es ja dein Leben an einem gewissen Punkt, das heißt, du streamst eigentlich Tag ein, Tag aus und das heißt, die größte Zeit deines Lebens verbringst du halt mit deinem Chat und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist eine klare Trennung von in Anführungszeichen Beruf und Privat und das ist es ja auch, mit vielen von euch hatte ich nie was zu tun, außer, dass ihr halt meinen Stream guckt und wir, dass ich halt im Chat irgendwie auf eure Fragen eingehe oder auf eure Kommentare oder euch flame, nicht wahr, aber diese Trennung ist halt sehr schwer, wenn es auf so eine krasse Zeit aufgebaut wird, ne, und wenn ich dann, ich meine, einige von euch mag ich auch einfach gar nicht, da ist es mir scheißegal, ne, der ist weg und dann ist er halt weg, mir doch egal, da denke ich nie wieder dran, aber einige Leute, die magst du halt irgendwann, ne, die haben dann, die sind bei Marathons dabei gewesen und haben in der Nacht geschrieben, die haben, als es dir gerade dann eventuell in einem Marathon oder so scheiße ging, ne, ne, das hat man rausgehauen oder was auch immer, whatever, die waren beim Trunkstream dabei, ähm, die waren Silvesterstream dabei und das, das merkst du dir natürlich als Streamer, also zumindest als Streamer, der sehr community nah ist und ich glaube, auch wenn ich ein Arschloch bin und alles nicht wahr, ich bin ja sehr community nah, ich meine, ich hänge den ganzen Tag im Discord ab, ich glaube nicht, dass viele Streamer das tun, ähm, ich antworte auf jede Privatnachricht und hast du nicht gesehen, ne, ähm, auch wenn ich nicht gerne Viewer Games mache, das ist das Einzige, aber das macht halt einfach keinen Spaß, weil es kein Ranking ist, das hat nichts mit euch zu tun in der Regel und, ja, und dann sind das halt Sachen und du, du, du machst dir halt Gedanken, äh, warum die alle weg sind irgendwann, aber auf der anderen Seite denkst du dann halt auch selbst nach, hey, wem hast du vor fünf Jahren zugeguckt, guckst du eben überhaupt noch zu, naja, und dann kommt halt das Ergebnis auch, manchmal nicht, ne, irgendwann ist es einfach vorbei, die, die Zeiten ändern sich, man hat ein neues Lieblingsspiel oder man hat eine neue Freundin oder man ist umgezogen oder man hat einen neuen Job und man, der ganze Tagesrhythmus ändert sich und auf einmal ist der Streamer, der am, der eine Zeit lang unterhalten hat, entweder nicht mehr unterhaltsam, weil er falsche Spiele spielt, das muss ja nicht mal sein, dass der Streamer das Spiel gewechselt hat, sondern es kann ja auch sein, dass man selbst das Spiel gewechselt hat und einfach keinen Haarsturm zum Beispiel mehr sehen möchte, nicht wahr, und, naja, dann kann natürlich der Charakter eine Zeit lang durchtragen, vielleicht für ein paar Tage oder eine Woche oder zwei Wochen oder einen Monat, aber irgendwann ist es dann halt so, willst du wirklich jeden Tag einen Streamer gucken, der ein Spiel spielt, was dich nicht die Bohne interessiert, nur weil er ansatzweise dich unterhält, dann ist die Antwort halt nein und wie gesagt, anfangs erwähnt, mir ist es durchaus bewusst, niemand ist niemandem etwas schuldig, ich bin niemandem etwas schuldig und kein Viewer ist mir etwas schuldig, aber trotzdem bin ich halt von einigen einfach, ja, enttäuscht, also, das ist, das ist keine, das ist kein objektives, nachvollziehbares Gefühl, was, was wirklich untermauert wird, wo ich sage, der hat da Schuld dran, ich kann es nur sagen von mir, ich bin halt enttäuscht, ich bin einfach enttäuscht davon und wundere mich halt, wo Leute heutzutage sind, wie Berki und Co., warum sie nicht wenigstens mal alle zwei Monate in ein Hallo reingeworfen haben oder mir irgendwas erklärt haben, warum sie keine Zeit mehr haben oder wo, wo ich wirklich schwere Phasen hatte, Ende 2017 zum Beispiel, wo alles schief gelaufen ist, keine Viewer mehr, private Probleme ohne Ende, Internetprobleme und Co., dann frage ich mich halt, wo die ganzen Leute waren, nicht wahr, die super happy waren, dass ich ihnen irgendwelche Tassen, Sweatshirts und Co. dauernd geschenkt habe, also wirklich geschenkt, ich rede nicht davon, dass sie die gewonnen hätten, sondern wirklich teilweise, dann frage ich mich halt, wo waren die Leute dann, da waren sie dann, als ich am Boden lag, sozusagen nicht mehr da, fühlt sich halt so an, aber trotzdem ist mir natürlich am Ende des Tages bewusst, dass ich von niemandem etwas fordern kann, aber das ist halt trotzdem ein innerer Zwiespalt, mit dem man klarkommen muss und ich glaube, durch den müssen viele Streamer irgendwann gehen, wo sie wissen, eigentlich bist du den Leuten nicht so viel wert, du musst nicht denken, dass du wirklich ihr Lebensmittelpunkt bist, vielleicht bist du das temporär, aber genauso schnell, wie du in ihr Leben getreten bist, als Content Creator sozusagen, genauso schnell fliegst du auch wieder raus, wenn sich irgendwas ändert oder wenn du irgendwie irgendwas machst, was ihnen nicht gefällt. und ja, das war ein längerer Weg für mich, da anzukommen, heute, dass ich wirklich relativ locker damit umgehe, wenn auch langjährige Community-Mitglieder halt gehen und ich dem nicht nachtraue und irgendwie gucke und überlege, ob es irgendwie meine Schuld war, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, sondern an dem Punkt bin ich nicht mehr und das ist ganz gut, aber trotzdem, also wenn, keine Ahnung, XY, ich will jetzt keine hervorheben, aber wenn Nelchel oder Hulgur oder wer auch immer morgen einfach von einem auf den anderen Tag weg sind oder dir, dann denke ich mir halt schon mal einen Teil und würde auch sagen, wow, wie ist das denn jetzt passiert? Falsch. Aber es würde mich halt auch nicht überraschen, heutzutage mehr. Früher hätte es, wie gesagt, also hätte die mich vor fünf Jahren gefragt, ob sowas passieren kann? Nö, aber es ist wirklich gang und gäbe. Es ist ein sehr schnelllebiges Business und man ist halt unter Konkurrenzdruck nonstop in einer gewissen Hinsicht aber ich glaube, das ist nicht mal das Schlimmste. Ich glaube wirklich, das Schlimme am Stream ist wirklich, wenn man sich auf Leute irgendwie einlässt oder wenn man sie wirklich wenn man sie als zu wichtig hält und ich kann halt durchaus verstehen, warum einige Streamer oder Viewer einfach nur als Nummern sehen und ihnen eigentlich scheißegal ist, wer das ist und sie eben nicht so wirklich sich darauf einlassen. Das ist halt, glaube ich, leichter in einer gewissen Hinsicht. Aber vielleicht geht es auch vielen Streamern, die das einfach besser trennen können. Keine Ahnung. Kann auch sein. Und vielleicht gibt es auch Leute, die einfach einen besseren Ausgleich haben als ich. Ich meine, ich als absurder Nerd, natürlich ist das natürlich, der Stream noch viel mehr in meinem Leben als Leute, die nebenbei noch Familie, Haus und Co. haben. Ich habe ja eigentlich meinen Sport und meine Serien und meine Filme und meinen Stream und meine Games viel mehr habe ich ja nicht. Das hört sich sehr traurig an, aber eigentlich mag ich es. Aber trotzdem bin ich natürlich dazu geneigt, mich eventuell härter dazu zu committen. Ja. Und was war noch? Ach ja, ich weiß noch, wie ich überhaupt darauf komme, warum wir das gerade erwähnen ist, weil ich für meinen Geburtstag-Stream letztens und für die neue Wombies-Expansion halt auch wieder die Wombard-Grafiken durchgegangen sind. Das ist halt absurd. Du siehst diese Namen dann wieder und du erinnerst dich und die sind halt so viele weg. Also einfach weg. Das heißt ja, es ist ja lustig, es ist ja nicht mal so, dass mein Stream kleiner geworden ist. Also temporär ist er mal kleiner geworden und dann ist er mal wieder größer geworden. Natürlich. Ist ja sozusagen ein lebender Organismus, der Stream. Ist ja nicht so, dass mein Stream irgendwie geschrumpft ist und alle abgehauen sind. Nee, es ist einfach nur so ein Bahnhof. Der eine kommt, der andere geht. Und wenn man sich dann die Wombard-Grafiken anguckt, 250 an der Zahl heutzutage, wie viele davon nicht mehr da sind. Das ist dann trotzdem immer wieder ein bisschen bedauerlich. Vor allem, weil man halt auch denkt, mit so einer Grafik, dann kommt man wenigstens mal irgendwann vorbei. Naja, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Das ist zumindest so, wie ich mich dann teilweise fühle oder gefühlt habe. Heute ist, wie gesagt, alles deutlich leichter und lockerer und flockiger. Aber eine Zeit lang hatte ich damit wirklich ein bisschen Trouble. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Es hört sich so ein bisschen nerdig an, habe ich das Gefühl. Oder so ein bisschen unverständlich vielleicht. Und bestimmt werden auch einige Streamer da widersprechen. Aber bestimmt werden auch einige zustimmen. Also es ist wirklich ein komplizierteres Thema. Ich hatte das mit Steve schon mal so ähnlich im Podcast. Also einfach, ich glaube, es ist einfach verschiedene Standpunkte, aus denen man die ganze Sache betrachtet. Und je nachdem, wie emotional man mit sowas dann umgeht, kann es einen halt härter oder eben auch gar nicht erwischen und catchen. Und ich war halt definitiv jemand, den das eher interessiert hat. Weil ich halt, ich wollte auch die Leute immer so zusammenhalten, so eine feste Community haben. Und jeder, der da geht, ist natürlich schlecht. Und, aber ja, so richtig zusammenhalten kannst du die Leute offenbar nicht auf Dauer. Also nicht alle. Aber es ist ja auch normal. Das Leben ist so, so schnell, ne? Ich glaube, das ist einfach der Punkt. Naja, und heute, wenn dann so Leute kommen, wie Siron oder Kiasa oder was auch immer, oder auch Mutten Yoshi letztens, teilweise bin ich dann auch arschig zu denen. Das ist auch ganz witzig. Ich weiß nicht. Das ist, obwohl ich weiß, dass es eigentlich falsch ist, aber ich bin dann trotzdem angepisst, wenn sie vorbeikommen, als ob nichts passiert wäre. Für sie ist nichts passiert wahrscheinlich, aber für mich halt. Versteht ihr? Jemand, der, ich meine, wir haben jetzt gerade die drei Namen genannt, Siron, Kiasa, Yoshi. Ich meine, das sind alles Leute, die irgendwie einfach mal mindestens ein Jahr oder länger komplett weg waren. Und dann kommen sie wieder in den Chat und schreiben, als ob nichts gewesen wäre. Aber ich habe das schon gemerkt. Also, ne? Das war für mich durchaus ein, das war durchaus eine Sache für mich. Das, das waren alles wichtige Leute. Das waren zwei Mods und Yoshi, keine Ahnung, war einer der auch aktiveren Leute. Und die kommen dann einfach wieder, so nach eineinhalb Jahren und schreiben in den Chat, ach ja, du bist ja immer noch am Streamen. Und du denkst dir so, was ein Arschloch. Also nicht, nicht ernst gemeint, ne? Also nicht, nicht böse gemeint, sondern einfach, du denkst dir so, Mann, wieso hat den das denn überhaupt nicht interessiert, dass ich nicht mehr in seinem Leben war? Das ist doch bedauerlich. Naja. Ich habe es lang genug ausgeführt, ihr habt es verstanden, aber ich muss ja die zwei Stunden irgendwie vollkriegen, ihr merkt das Problem. Ähm, sind fast da. Ja. Leute fragen immer, oder, ich glaube, viele Leute heutzutage besonders denken, dass Streamen der absolute Traumberuf ist. Ich glaube, sie vergessen wirklich einige Sachen. Ähm, also ich, nicht falsch verstehen, ich liebe Streamen und, ähm, das ist definitiv das, was ich, und vor allem ich persönlich wahrscheinlich je machen wollte. Ähm, Games spielen, streamen, reden, interagieren mit Leuten. Aber ich glaube, was viele Leute vergessen, ist wirklich, ich glaube nicht, dass so viele Leute wirklich dafür gemacht sind, so viel zu streamen, wie einige Leute streamen, also wie ich. Ähm, ich glaube, es ist sehr isoliert, ähm, ich meine, dafür muss man halt erstmal jemand sein, der nicht ganz so viel menschliche Interaktionen real sucht, ähm, und wirklich auch damit happy ist, dass er vielleicht zwei Wochen niemanden sieht, außer die Rewe-Kassiererin. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dieser permanente Konkurrenzdruck auf Twitch heutzutage, äh, es fühlt sich halt einfach ultra schlecht an, wenn du mal an einem gewissen Punkt warst und dann zurückfällst wegen einem Gameswitch oder was auch immer und dein Chat komplett tot ist. Das ist, das, 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 das nagt alles an dir und das sind so, so ein bisschen, ähm, das ist ein bisschen Korrosion, ne? Nicht so, dass da eine Welle kommt, die dich komplett umfegt, sondern die Welle dotzt immer wieder gegen dich, ne? Mit jedem dummen Kommentar, den du im Chat hörst, nicht mit, mit, ähm, jedem, äh, Community Member, welches du verlierst, mit, ähm, jedem Down, welches du hast, äh, wo, 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 wo die Viewer mal runtergehen und du nicht weißt, warum und mit jedem toten Chat, äh, mit jeder toten Chatphase, wo du dir denkst, what the fuck, ist überhaupt irgendjemand da, der zuguckt? Ähm, mit jeder dieser Sachen, die passiert, wird, wird so ein bisschen an dich ran gedotzt und, ähm, glaube, dass das viele Leute, ähm, auf Dauer gar nicht so geil fänden. Ähm, und das sieht man ja auch dran, also, wenn ich gucke, meine allerersten Subs gegen alle an Channels, die es heute nicht mehr gibt, äh, auf Twitch vor 5, 6 Jahren, die meisten haben aufgehört, also viele haben aufgehört, viele haben es auch einfach nicht geschafft, natürlich, und haben deswegen aufgehört, aber auch Leute, die es geschafft haben, haben aufgehört, ähm, ich glaube, das ist wirklich gar nicht mal das leichteste Pflaster, rein von der mentalen Sache her, vor allem ist es halt auch sehr schwer, ähm, sobald man es wirklich als Einkommen, sage ich mal, sieht, dann wirklich regelmäßig zu streamen, weil du, du bist ja auch motiviert in der Regel, das Problem ist, passiert halt, aber das wisst ihr ja besser als, äh, alle anderen, wenn man halt kein Spiel mehr hat als Streamer, äh, und aber die, die Core-Community-Mitglieder wissen ja, dass ich ganz im Herzen eigentlich ein ziemlicher Gutmensch bin, ähm, und, was ich halt gehört habe von einigen, privat, aber auch, was man so zwischen den Zeilen liest teilweise, und was man auch von anderen Streamern hört, ist halt, dass der Stream teilweise, wichtig für einige Leute ist, ähm, also in ihrer jeweiligen Lebensphase, das heißt nicht, dass sie sich nicht trotzdem einen Monat später verlassen und nie wiederkommen, haben wir ja gerade besprochen, aber, dass er halt gerade in dieser Phase wichtig ist, und das habe ich letzte Zeit vermehrt, dass ich mir denke, ähm, gerade jetzt in der Phase, die letzten ein, zwei Monate, wo ich nicht sooo, krasses Spiel habe, und teilweise auch ein bisschen, ich habe ja ein Video dazu gemacht, wo ich mich ein bisschen ausgebrannt fühle, hier und da, ähm, wo ich mich trotzdem gezwungen fühle, fast schon zu streamen, weil ich mir denke, keine Ahnung, komm, jetzt streamen wenigstens die drei, vier Stunden oder so am Abend, weil einigen Leuten ist es halt wichtig, das ist halt wirklich teilweise der Hauptgrund, wo ich mir denke, ich weiß nicht, ich lese dann halt auch im Discord irgendwie, oh, heute kein Stream, was soll ich tun oder so, das ist vielleicht spaßhaft gemeint von einigen, bestimmt ist das spaßhaft gemeint, die haben auch andere Sachen zu tun, aber ich weiß halt, dass es von einigen Leuten auch nicht spaßhaft gemeint ist, denen ich halt wirklich eventuell ihr Leben minimal verbessere und, naja, wenn ich dann die Wahl habe und sage, ach, eigentlich habe ich nicht so wirklich viel Lust, ich könnte auch Netflix gucken oder, streamen wir halt die drei, vier Stunden ist jetzt nicht der Beinbruch für mich und einige Leute macht es vielleicht happy, dann ist das halt häufiger die Wahl in letzter Zeit, das kommt also auch noch dazu, gerade wo ich dieses Jahr so viel gestreamt habe und eigentlich so konstant bin und ich weiß, dass viele Leute eventuell auch wirklich drauf bauen, dass ich streame, ne? Ah, keine Ahnung. Ich sagte ja, es ist Real Talk Session, alles nicht so schlimm am Ende des Tages, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit allem, aber, ja, darüber kann man ja trotzdem mal reden, das sollte ja eigentlich eher ein Rückblick sein und, ja, 2019, wenn wir den Rückblick schon machen, war vielleicht das, vielleicht das beste Jahr Streaming-Technik, was ich je hatte, was lustig ist, weil ich am Anfang des Jahres absolut keine Aussicht auf irgendwas, mehr hatte, aber dann kam Auto-Chess und, ähm, ich meine, am Anfang des Jahres war Artifakt gescheitert und nichts war in Aussicht, was ich wirklich spielen wollte, aber dann kam Auto-Chess und, naja, dieses Jahr kann man wirklich sagen, dass ich Variety-Streamer war, das erste richtige Jahr, wo ich wirklich eigentlich straight Variety war, also, wir haben angefangen mit Halfstone, sind weitergegangen zu Auto-Chess, haben scheiße lange Auto-Chess gespielt, hatten dann zwischendrin eine kleine Leaks-Sache, hatten ein paar Nebengames zwischendrinne, hatten dann Underlords, dann TFT, dann, wieder League und dann jetzt Battlegrounds, also es sind wirklich sehr, sehr viele Spiele gewesen das Jahr im Vergleich und wirklich auch sehr viele, die ich wirklich lange gespielt habe jeweils und, ja, das war schon witzig und es war, denke ich, ein ganz gutes Jahr und ich hoffe, dass nächstes Jahr dann mit Legends of Run, Terror und Co. das Ganze noch besser wird und ich habe die zwei Stunden fast um und ich kann auch nicht mehr reden, ich bin fertig mit der Welt, fuck my life, zwei Stunden am Stück reden, ist überhaupt nicht so cool, wie man denkt, Respekt an jeden, der sich die Scheiße angetan hat, ich hoffe, ihr wurdet ansatzweise unterhalten, diese zwei Stunden Podcast-Idee machen wir übrigens nie wieder, ähm, das war nicht die beste Idee, die ich hier hatte. Ja, und zum Abschluss, ähm, ach so, zum Abschluss kann ich euch noch sagen, dass ich heute wahrscheinlich nicht streamen werde, noch, ich werde mir heute noch einen Tag, äh, aufgönnen, vor allem nach diesem Podcast, eventuell ganz am Abend ein kleiner Stream, aber generell solltet ihr heute nicht zu viel erwarten, schreibe ich aber auch so nochmal ins Discord und, ja, ich hoffe, ich habe die zwei Stunden ansatzweise spannend gestaltet, wir haben geredet über Loyalität zu Sportclubs und den G2 Worlds, wir haben über Voice of Germany und Hülle der Löwen geredet, wir haben über Halfstone, Battlegrounds, TFT, Underlords und League of Legends geredet, wir haben über Apple TV Serien und Apple TV Plus selbst was ein Garbage ist geredet, wir haben über die Welle geredet, also wir sind die Welle, dann haben wir den Ausblick ins neue Jahr geworfen und dann hatten wir einen Rückblick auf die letzten fünf Jahre mit ein bisschen Mimimi von mir, eigentlich ist es gar kein Mimimi, ich wollte, ich glaube, ich will mit sowas immer nur euch ein bisschen die, ein bisschen so hinter die Kulissen schauen lassen und ein bisschen die Augen öffnen, dass ihr eventuell für Streamer teilweise sehr wichtig seid, also was heißt sehr wichtig, aber durchaus, dass ihr eventuell nicht nur eine Nummer seid, dass ihr durchaus, also das gilt natürlich nicht für jeden, jemand der einmal im Monat irgendwas im Chat schreibt, der ist halt da und das ist cool, aber nicht relevant, also nicht, dass man da eine emotionale Basis aufbaut, aber für Leute, die halt das wirklich häufig machen schon, das war eigentlich der Grund der Sache, dass ihr da eventuell nochmal drüber nachdenkt, ich habe ja schon öfter so kleine Anspielungen und Kommentare gemacht, dass ihr einfach auch aufpassen sollt, was ihr mit Streamern macht, das sind so Sachen, ich erwähne es einfach nochmal, weil man kann es nicht oft genug erwähnen und ich habe noch ein paar Sekunden, jetzt eigentlich nicht mehr, aber egal, sagt Streamer nicht in ihrem Chat, dass ihr Chat tot ist, das wissen sie selbst, macht man nicht, sagt Leuten nicht in ihrem Chat und dass das irgendwer anders gerade streamt oder so, außer es ist wirklich so eine ultra enge Bindung wie zwischen Cyrus und mir, Nomi und mir, Nomi und Cyrus und hast du nicht gesehen, da ist es egal, aber trotzdem, versucht einfach wirklich euch da ansatzweise gescheit zu verhalten und wenn ihr, wirklich, also ich würde es appreciaten, nur für mich, wenn ihr wirklich nicht mehr zugucken wollt und ihr wisst, ihr guckt in nächster Zeit wenig oder gar nicht mehr zu oder ihr seid für immer weg, schreibt es mir im Discord, wirklich, also ich würde das wirklich appreciaten, glaube ich, wenn ihr mir einfach schreibt, hey du, Angles, ich hasse deine Art mittlerweile, du bist der größte Fickfehler auf diesem Planeten, ich habe keinerlei Interesse mehr, auch nur ein Stream von dir zu gucken, ich bin weg, schreibt mir das, fände ich besser, als wenn ihr einfach weg seid, falls ich mich ansatzweise um euch kümmere oder schreibt, hey, ich ziehe ins Ausland, ich kann keine Streams mehr gucken, weil ich wohne jetzt mitten in Afrika, schade, könnt ihr machen, hört sich geil an, also ich glaube wirklich, dass das, wenn ihr wirklich fester Teil einer Community seid, wäre es vielleicht hilfreich für, auch vielleicht für andere Viewer, aber auch für den Streamer, wenn ihr euch da wirklich, wenn ihr einfach mitteilt, wenn wirklich was anliegt, wo ihr wirklich komplett weg seid, vielleicht für immer oder vielleicht für sechs Monate oder was auch immer, also nicht, wenn es eine Woche ist, ihr müsst nicht sagen, oh, ich bin weg im Urlaub, aber wenn es wirklich eine längere Zeit ist, könnte das ganz hilfreich sein. Leute, ich habe die zwei Stunden geschafft, ich bin raus, habt einen wunderschönen Tag, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es war nicht zu erbärmlich, ihr könnt ja in mehreren Etappen gucken, wobei ich das jetzt am Ende sage, das hilft jetzt wohl nichts mehr, wunderbar, haut da rein und habt einen angenehmen Tag, ciao.